Und ein Moinzen zum zweiten Teil dieses Audio-Dreiteilers und zum ganz, ganz, ganz klar schwierigsten Teil und vielleicht auch am durcheinandersten Teil. Das Wort gibt es safe nicht, aber egal, habe ich es halt erfunden gerade. Letztes Video war Hoeneß-Verlängerung und das VfB 2 zu 0 gegen Union. Jetzt natürlich, wie auch da schon angekündigt, Aufsichtsrat, Vereinspolitik ist ein großer Punkt und daran angeschlossen noch die VfB-News, wie immer, ist ein großer Mischmasch, der sich so angesammelt hat, aber ich habe ein bisschen versucht, wie immer, so ein bisschen Chronologie oder irgendwie, ja, irgendwie eine Abfolge reinzukriegen, aber deswegen auch am durcheinandersten dürfte es dieses Video sein. Plus, da schon mal ist das Claimor vorab, weil da kommen wir jetzt gleich dazu, ist, ja, Aufsichtsrat, Vereinspolitik sehr schwierig, also wirklich unsagbar viele Links und so weiter mir abgespeichert, aussortiert, sortiert, ja, auch mit Leuten immer wieder auch gesprochen, darüber diskutiert, über die Themen und so Geschichten, da haben wir etwas zusammengeschrieben und sowas. Das ist alles wirklich durcheinander oder alles wirklich schwierig auch für mich, weil für mich bleibt dieser Fokus weiterhin, so ehrlich bin ich ja auch immer, auf dem Sport, so. Es ist halt Fußball, so. Ich gehe hauptsächlich zum VfB, weil ich das Sportliche sehe, nicht Vereinspolitik oder irgendwas in der Form, aber es ist eben leider auch ein Thema, das dazugehört, wo man sich eben dann auch in irgendeiner Weise schon auch ein bisschen einlesen sollte oder, ja, gut, das liegt an jedem, wie er es sieht, ne, aber Körner dazu hat eine Wichtigkeit, auch wenn man eben Mitglied ist in so Geschichten, hat das eine Wichtigkeit und eben jetzt auch hier Dinge, die auf uns Mitglieder ja auch eine Auswirkung haben, deswegen gehen wir darauf ein. Ich habe hier, wie gesagt, ein paar Links, ja, gesammelt und ein bisschen in Kodologie gebracht und eben auch Dinge, auf die ich aufbauend was sagen kann, am Ende dann wie immer noch auch einfach, ja, Dinge, die ich mir halt während diesen ganzen Tagen selber aufgeschrieben habe, nochmal zum Abschluss, deswegen, es kann gut sein, dass es vielleicht ein bisschen durcheinander ist, aber, ähm, ich habe es lieber, ich sage mal, einen Tacken durcheinanderer, als dass ich irgendwelche Punkte, sage ich mal, vergesse, weil sie nicht in irgendeinen Kontext oder in irgendeine, ja, irgendeine Chronologie perfekt passen, so, wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, das erste war ja, das Thema, ähm, ja, kam ja schon auf, schon beim Spiel auch, gegen Union kam die Banner auch schon davor, kam schon die Banner, weil die Berichte gab es ja schon ein bisschen auch, ziemlich auch schon mal ein paar VfB-News ein bisschen mit drin gehabt haben, ähm, ja, dass es wohl sein könnte, oder ist ja mittlerweile so, aber damals noch zu dem Stand sein könnte, dass der Aufsichtsrat Vorsitz der AG, ähm, nicht mehr beim EV-Präsidenten bleibt, ähm, das wollen ja, wollten ja die, die Ultras auch haben oder eben die Fangruppen, die eben die Banner, äh, hochgehoben haben, ähm, weil das ja auch einfach ein elementares Versprechen war, ähm, im Zuge der Mitgliedsversammlung, äh, oder im Zuge der Versammlung damals, die zur Ausgliederung geführt hat, 2017, war das ein elementares Versprechen, auch da kommen wir später nochmal ein paar Mal dazu, aber da ist eben das Wort Versprechen, ne, es stand halt nie irgendwo bindend, rechtlich, schwarz auf weiß, in Stein gemeißelt irgendwo drin, ne, es blieb halt bei diesen Versprechen, aber eben eins, das sehr wichtig ist für die Fans oder für viele Mitglieder, es gibt halt keine genauen Werte davon, ähm, natürlich sprechen auch die Ultras und die Fans sehen nicht für alle, ist ja auch ganz klar, ähm, da wird es verschiedene Meinungen geben, ähm, aber von, von meinem Gefühl aus, was ich so verfolge, den Kreis, den ich so verfolge, auch online und so weiter, ist das eher die Mehrheit, ähm, ähm, der das wichtig ist, ähm, ja, dass das so, die zumindest diese Versprechen und so Geschichten für wichtig empfinden, sag ich mal, und eben da dann Kritik äußern, dass das jetzt eben, dann kommen wir gleich darauf, ähm, nicht mehr so ist, ähm, klar, Ultras war dann auch Angst vor, ja, Verschiebungen in Sachen 50 plus 1, äh, in Sachen Machtposition der Investoren und so Geschichten, auch da eben, ne, Thema Minderheitseigner, ne, VfB ist weiterhin zu über drei Viertel eben EV und Porsche hat am Ende jetzt irgendwie 10,4 Prozent oder sowas, ähm, die jetzt, jetzt mal als Beispiel dazu kamen, das sind auch noch Mercedes, die auch 10,4 Prozent haben, aber sind halt eben Minderheitseigner, äh, einiger, Minderheitseigner, ähm, und da, ähm, ja, bleiben die Ultras bei dem Punkt, bin ich auch dabei, oder ich sag mal, Ultra ist die Fans, sehen wie auch immer, ähm, dass der Fußball den Fans gehört, seinen Mitgliedern, ähm, und eben nicht, äh, ja, sich irgendwelche Investoren irgendwo reinkaufen sollen, dürften, ähm, ja, und dann halt da machen können, was sie wollen, nur weil sie halt das Geld dafür hingelegt haben, sondern der Verein ist immer noch Mitgliedergesteuert, der Fußball gehört immer noch vor allem den Fans, das hat man ja auch alles schon das Thema beim, ja, großen Thema mit dem DFL-Investor, was ja am Ende dann pro Fans ausgegangen ist, sag ich mal, oder was sich zumindest die Fans mit ihren Protesten, ähm, so weit gebracht haben, dass das Ding nicht mehr, ähm, weiter, äh, verfolgt wird, erst mal, muss man auch das noch abwarten, ähm, aber, genau, das ist ein Thema gewesen, plus dazu eben, dass auch da wohl schon eine Absichtserklärung da gewesen sein sollte, ähm, dass man schon im Vorfeld des Deals mit Porsche, ne, dass es dann einen personellen Wechsel auf der Position des Aufsichtsratsvorsitzenden gibt, diese Absichtserklärung hat es wohl gegeben, das heißt, da war wohl auch Klaus Vogt mit drin, auch das habe ich später nochmal mit drin, ähm, und auch das Vorgehen, ne, es ist also nicht immer nur Kritik am Investor und whatever, sondern eben auch dadurch Kritik an Vogt oder an Kritik an den Leuten, sind auch welche aus dem e.V. drin, die das so akzeptiert haben, so unterschrieben haben, auch Kritik von den Fans oder von den Ultras hier, Fans sehen hier, ähm, dass auch das nicht, äh, nicht, nicht akzeptabel ist, ne, und dass man eben dazu, das ist auch ein sehr, sehr großes Thema, ähm, was über allem so ein bisschen schwebt beim VfB ja oft, ähm, wir erwarten hier zu antworten, steht hier im Text von, äh, Kommando Kahnstadt, auch da wie immer der Disclaimer, ich habe ja absolut alle Links und so weiter, immer im Sammel-Link in der Videobeschreibung drin, ist ja klar, wer irgendwas nicht nachvollziehen kann oder irgendwas selber nochmal lesen will, ist alles unten drin oder einfach selber danach suchen, ne, ähm, wer da Interesse dran hat, und deswegen, ähm, ist das auch den Ultras hier wichtig gewesen, die McGill-Versammlung als höchstes Organ des Vereins wehrt den Präsidenten, welcher dann den Vorsitz des Aufsichtsrats in der AG und somit wichtigen Einfluss auf den Fußball hält, alles andere ist für uns nicht zu akzeptieren, die letzten zwei Sätze aus dem Statement, ähm, natürlich haben alle, alle berichtet, ne, SDN, Kicker, Sky, alle berichtet, das ist ja auch ganz klar, Bild, alles, ähm, Kicker hat hier zum Beispiel dann auch noch, bevor dann quasi das Ding alles offiziell wurde, als quasi noch, äh, das, das, die, die Frage war von, ähm, das wird wohl passieren, weil es noch nicht passiert ist, ähm, offiziell beim VfB im, im, im Aufsichtsrat, ähm, auch davon berichtet, eben von dem Thema Absichtserklärung, von dem Thema Druckmittel und so weiter, und dass es mittlerweile eben auch tatsächlich Aufsichtsräte, ähm, haben widerrufen sollen, tatsächlich, und auch die, auch der Kicker hier, geht mal so ein bisschen Artikel von oben nach unten so ein bisschen durch und geht mal in die Kommentare dazu ab, sag ich mal, weil es natürlich immer am besten ist, finde ich, viele Artikel fassen meistens eben viel dann eben zusammen, statt dass man sich das irgendwie aus 15 verschiedenen Sachen zusammensuchen muss, aus verschiedensten Tweets und whatever, ähm, das ist immer so ein bisschen schön gebündelt dann, ähm, was ja auch natürlich dazuschreiben, was auch über allem schwebt, wie das Thema Kommunikation, ist eben das Thema, was soll das? Wir, bei mir auch eben gerade, bei mir eben auch vor allem, oder bei vielen anderen, glaube ich, auch bei vielen Fans, die vielleicht den Sport einfach noch als höheres sehen als die, als die Vereinspolitik, es, es, es nervt, Alter, es nervt, es ist der absolute Vollwahnsinn dieser Fußballverein, weil wir hatten Stress, Machtgeschichten, als es, ja, so ganz gut lief eigentlich da, diese, 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 diese Kitzelsberger-Geschichte war, glaube ich, in der Saison mit dem, ähm, ja, nach dem Aufstieg, ähm, wo wir dann eine gute Saison gespielt haben, aber eben, ne, schon Nöte hatten durch Corona und weniger Einnahmen und so weiter und so fort, ähm, die hatten die rund um die Dietrich-Entlassung und den Abstieg, ähm, und jetzt haben wir es ja halt sogar um eine Saison, die du womöglich auf einem Champions-League-Platz beendest. Zusammengefasst also, es ist diesem Verein, es ist diesem Wesen, diesem, keine Ahnung, diesem Konstrukt VfB Stuttgart oder diesem, keine Ahnung, wie, ganz richtige Wort davon nicht, aber es ist diesem, diesem Ding, diesem Verein VfB Stuttgart scheinbar wirklich vollkommen egal, wie es gerade läuft, vollkommen egal, wie es sportlich läuft, es zieht irgendwelche Machtkämpfe, es zieht irgendwelchen Kindergarten, es zieht irgendwelche, ja, Vereinspolitik-Geschichten an wie nichts, wirklich, es zieht das einfach an, es ist kack egal, wie es läuft, ne, es ist kack egal, wer da ist, ne, wir haben ja auch verschiedene Präsidenten gehabt, verschiedene Aufsichtsratsmitglieder, verschiedene, was weiß ich nicht alles, ist ja völlig egal, ne, die letzten Präsidenten sind ja alle mehr oder minder irgendwann dann unter große Kritik gegangen, natürlich auch viel durch Sportliches, was eben auch noch eingewirkt hat, was wir jetzt eben aktuell nicht haben, eher umgekehrt, aber es ist wirklich kack egal, in welcher Situation, in welcher Aufstellung an Leuten, in diesem Verein, in welcher sportlichen Situation, in welcher finanziellen Situation, alle Faktoren, die es ergeben kann, es ist scheißegal, dieser Verein hat immer Unruhe, dieser Verein bringt immer Unruhe rein, dem Verein ist es auch scheißegal, ob, ja, am Ende des Tages schadet es ja einfach nur dem Verein, so mal runtergebrochen, es schadet ja einfach nur dem Verein, wir spielen eine Wahnsinnssaison, haben hier Verlängerungen von Spielern, Verlängerungen von Trainern, wo es sportlich geil läuft und da machen die trotzdem wieder so einen, ja, so einen Schiss da auf, hier Vereinspolitik, dass du wieder doch weniger Bock bekommst auf den Verein, in dem Sinne, wenn man sich eben damit so ein bisschen, ja, ein bisschen auseinandersetzt oder eben viele Mitglieder einfach dann enttäuscht sind vom Verein, was eigentlich gar nicht nötig wäre, auch das kann man trennen, man kann natürlich überragend happy sein mit dem Sportlichen und von Vereinspolitik genervt sein, natürlich auch, kann man auch trennen, ist ja klar, aber eine 100% Trennung wird bei vielen einfach nicht drin sein, wahrscheinlich so vom Gesamtfeeling zum VfB Stuttgart und auch da war wieder viel gelabert von mir, aber es ist einfach sack unnötig, dass du jetzt in so einer Situation wieder bist, du spielst eine Weltklasse-Saison und trotzdem rumort es im Verein, als würdest du gerade wieder auf Platz 18 stehen, wenn man es sportlich vergleichen will, es geht so auf die Eier, dieser Verein ist komplett bekloppt, was das angeht, so, fertig, aus, ja, auch das schreibt eben der Kicker, dass das einfach Wahnsinn ist, sportlicher Erfolg wird genossen und hinter den Kulissen rumort es gewaltig, Tranchen sind natürlich auch das Thema, haben wir jetzt, jetzt kriegt man zwei Tranchen, insgesamt 41,5 Millionen Euro und Porsche eben da mit 10% an der AG, bisher ist eben eine geflossen, die erste Tranche ist dann nachher nochmal ein Thema und da kamen schon früher die Gerüchte auf, dass Porsche vielleicht nicht so ganz happy ist mit der Besetzung von Klaus Vogt als Aufsichtsratsvorsitzender, was er eben ist, weil das seither gelebt wurde, das Versprechen seit 2017, dass der Präsident des e.V. auch, also der gewählte Repräsentant der Mitglieder, auch Aufsichtsratsvorsitzender in der AG ist, gab ja auch Gerüchte, das habe ich auch schon berichtet gehabt, dass Porsche vielleicht Bock hätte auf den Vorsitz, das ist wohl nicht so, wurde auch da dementiert, dass die nicht den Vorsitz wollen, nur eben nicht mehr Klaus Vogt auf dem Vorsitz wollen, Thema, ja, einfach eine Person rauszubekommen, so ein bisschen, sag ich mal, oder eine Person in der Form ein bisschen zu entmachten, er sei nicht raus, er sei einfach weiter normales Mitglied im Aufsichtsrat und auch da hieß es, was ja zumindest erst mal ein bisschen beschwichtigt hat und ein bisschen besseres Feeling gegeben hat, dass das natürlich idealerweise dieser Posten wieder von jemandem vom e.V. Gestellten, ja, eingenommen werden sollte. Ja, Misthauensvotum wurde geplant, was dann aber wohl ausblieb, also in dieser ersten Sitzung, in der dann auch direkt schon mal Porsche eben diese zwei auch dann schon damals bei dem Deal abgemachten Sitze bekommen hat, in der zweiten, wie gesagt, wurde es dann nochmal konkreter, wo wir ja gleich drauf kommen, jetzt sind wir gerade noch so ein bisschen in diesem Bereich von, was war davor und was war so ein bisschen, ja, der Vorlauf zu dem großen Boom, dem großen Knall, den wir jetzt hatten und auch da, wie gesagt, Absichtserklärung wurde wohl unterschrieben und es gibt wohl eine, wie genau, was genau da drin steht, scheiden sich die Geister wohl auch eben, je nachdem, wie man fragt, so schreibt es der Kicker so ein bisschen, aber scheinbar gab es eine Zusicherung, dass Vogt, wenn die kommen, auf den Vorsitz verzichtet, das ist auch ein Thema, das muss man im Hinterkopf behalten, weil, kann ich auch schon mal ankündigen, es wird von mir aus, wie gesagt, habe ich schon ein paar Mal gesagt, mir ist Vogt an sich egal, bin natürlich immer ein bisschen skeptischer vielleicht als andere bei dem Thema Investoren und sowas und auch immer mehr dann auf dem, ja, in der Richtung Mitglieder, dass die viel Mitbestimmung haben, in Richtung auch vielleicht dann, kommen auch später natürlich logischerweise drauf, immer mehr, ein paar Mal mehr in Richtung Moral statt von mir aus irgendwas, was natürlich offiziell rechtlich in Ordnung ist und so Geschichten, aber da bin ich vielleicht doch ein bisschen einer, der ein bisschen die Fahne hochhebt für Emotionen, Moral und solche Geschichten, natürlich das ist auch ein Thema, wenn der gesagt hat, yo, ich verzichte darauf und mache jetzt ein Hackmack dann, natürlich auch dann was, wo man Vogt für kritisieren kann, auch interessant natürlich, weil das ist natürlich auch ein Thema, was wir Fans jetzt hochgeholt haben oder was die Fans hochgeholt haben, was dann wohl auch den, ja, den Leuten im Aufsichtsrat tatsächlich aufgefallen ist, also den aus dem e.V. in den Rat entsandten Vertretern, Rainer Adrian und Beate Beck-de-Harde werden die genannt beim Kicker, denn beide haben wohl, ja, ihre Zustimmung aus dem Papier, geht dann wohl darum, dass Vogt eben diesen Vorsitz abgibt, zurückgenommen, wieder rufen, am 29. Februar, schreibt der Kicker, weil die eben gemerkt haben, huch, das würde brisant werden, das würde brisant werden, wenn wir auf einmal hier sagen, nach sieben Jahren, die genau so gelebt wurden, wie gesagt, nicht festgelegt irgendwo, aber die so gelebt wurden, dass der Aufsichtsratsvorsitzende von der AG auch der Präsident ist und eben andersrum, dass das brisant wird, auch für die Mitglieder und haben das dann wohl in dem Zug mit den Argumenten, mit dem Gedankengang wieder rufen, wie gesagt, auch Vogt soll das, ja, soll das nicht mehr so 100% dann nachgehen, nachgegangen haben wollen, in Sachen, ich gebe den Vorsitz ab, sondern Zusatz hat er wohl dazu gemacht oder wollte den Zusatz dazu machen, Richtung Absichtserklärung, dass man eben zuerst die Mitgliederversammlung konsultieren sollte, was ja nach meinem Wissen auch und wie es oft geschrieben wurde, auch von VfB-Fans und so weiter, das höchste Gut ist, das höchste Entscheiderorgan unseres Vereins ist, Mitgliederversammlung und da wollte er eben im weitesten Sinne einfach die Mitglieder befragen, in irgendeiner Form die Meinung von Mitgliedern einholen, natürlich die Mitgliederversammlung wäre sehr, sehr groß geworden oder groß gewesen, das alles aufzusetzen, aber er wollte zumindest die Mitglieder mit reinnehmen, ins Boot, aktiv, ja, bevor eben das Ding durchgeht, in Sachen, ich gebe meinen Vorsitz ab und eben dann diesen Vorbehalt hat er wohl schriftlich in seine Absichtserklärung mit rein, ja, damit versehen, ne, dann natürlich alles, alles ziemlich, ziemlich schwierig und hat für Aufsehen gesorgt bei den Fans, auch schon in den Tagen, bevor das Ding dann alles offiziell wurde und was natürlich dann auch direkt schon mit reinkam und auch schon da quasi direkt nach diesen Artikeln vom Kicker hier, vor allem von Benni Hoffmann, wenn er mir und Hoffmann drin stand oder es in Richtung Absichtserklärung und sowas ging und Thema, wie nehmen wir die Mitglieder mit in so einer Frage, war auch da schon direkt die Angst da, die sie auch bestellig hat, die eben weiterhin auch ein großer Kritikpunkt ist dann von den Fans, zu dem ich später noch weiter dann komme und bleibe, ist eben Vogt, Adrien, Beck de Harde sollen ja wohl, ja, in Sachen diesem Versprechen nicht mehr so ganz dabei sein, wollen ja mehr die Mitglieder mit drin haben und so Geschichten, wie gehen die anderen damit um, wie gehen die anderen, die da drin sitzen, aus dem Verein entsandt, Christian Riedmüller, Tanja Gönner, Alex Kläger, schreibt der Kicker hier, wie gehen die danach, wie sehen die das mit dem Wunsch nach einer neuen Besetzung des Aufsichtsratsvorsitzes, wie sehen die das, inwieweit der Mitglieder mit reinnehmen muss oder eben nicht, wie gesagt, haben wir jetzt auch schon mittlerweile eine Entscheidung, aber das war auch schon im Vorlauf dann interessant, hier nochmal zur Vollständigkeit natürlich auch Vogt, Adrion, Riedmüller ist ja aktuell das Präsidium des EVs, Sky natürlich auch berichtet über diese Höhepunkte davon, auch da ein bisschen Chronologie reingebracht, schreibt auch nochmal, auch das natürlich, klar, wer alles, wieder Kritik dann an Vogt übt und so Geschichten, finde ich völlig in Ordnung, ich mache es hier, wie oft, oder wie schon ein paar Mal gesagt, nicht an Vogt fest, sondern eben an dieser Position des EVs und die Rolle und die Macht des EVs in der AG fest, Position statt Person ist so ein bisschen der Leitsatz oder die Leitworte, aber auch die schreiben natürlich nochmal auch mit rein, ist auch ganz klar, man kann für ihn halten, was man will, alles in Ordnung, aber es ist halt einfach der gewählte Präsident des VfB Stuttgart e.V., es ist halt so, er wurde 2021 deutlich bestätigt, Abwahlantrag 223 ist deutlich gescheitert, dann muss man eben das auch in dem Sinne so ein bisschen demokratisch dann akzeptieren, dass eben nun aktuell die Rolle ist, über die man eben spricht, vielleicht wäre es für andere Leute noch dramatischer, wenn man sagt, ey, der Präsident des EVs gefällt mir persönlich besser und dann ist das gleiche Thema offen mit, ja, das siebenjährige Versprechen wird gebrochen, dann werden sich ja auch ein paar Leute noch ein bisschen lauter von wegen, nö, das kannst du nicht machen, den da rauszuwählen, als jetzt, wenn da eben eine streitbare Person oder auch kritisierte Person wie Klaus Vogt da sitzt, das ist ja auch ganz klar, da ist auch einfach so ein bisschen, ja, das persönliche Ding nicht rauszubekommen aus der Thematik, das ist ja auch ganz klar, auch wenn es, wie gesagt, meiner Meinung nach und vieler Meinung nach eher um Positionen als um Personen gehen sollte, eben auch vor allem in die Zukunft geschaut, weil wie gesagt, wenn Vogt irgendwann weg ist, bleibt es ja trotzdem dabei, dass das Versprechen von 2017 gebrochen wurde und dann, ja, wird es erstmal schwer für den, wenn da vielleicht ein Besserer kommt irgendwann, das ist auch das wieder Ansichtssache, aber ein besserer Präsident irgendwann kommt, wird auch für den, dann wieder durch diese, durch diese Aktion vielleicht schwer, seine Macht so richtig ausleben zu können im Aufsichtsrat, wie er es eben die letzten sieben Jahre machen konnte, ne, Kritikpunkte sind mit drin gewesen, deswegen nehme ich den Artikel mit rein, Entscheidungsfähigkeit, fehlende Kompetenz, schlechte Vorbereitung, schlechte Kommunikation, wird Vogt ja immer wieder vorgeworfen, da muss man auch fairerweise sagen, dass es da quasi, ist ja auch logisch, ne, oder eigentlich fast gut so, sag ich mal, dass da jetzt nichts Näheres aus dem Verein oder wie auch immer in dem Fall dann rauskommt, aber das ist ja in den meisten Fällen, in der Mehrheit der Fälle, in Sachen Kritik, alles halt Unterstellungen, ne, Kritikunterstellungen, wirklich richtig klare Beweise fehlen oft oder gibt es quasi nicht für diese Geschichten, ne, man kann ja trotzdem an die Kritik glauben, alles in Ordnung, aber so richtig, richtig bewiesen, irgendwo der große Knall, der große Beweis, den gibt es halt zumindest nach meinem Wissenstand nicht so wirklich und dann eben wurde klar, am Dienstag wird es diese außerordentliche Aufsichtsratssitzung geben, und da eben auf der Tagesordnung ganz klar die Abwahl von Klaus Vogt als Chef des Aufsichtsrats und ja, da auch noch das Thema Absichtserklärung von Sky auch noch mit reingebracht, schon gerade Zeitungen, schon gerade Nachrichten oft natürlich auch mit einbezogen, die natürlich auch oft sehr nah dran und berichten da oft, ja, darüber werden oft als Quelle hier auch genannt und da wurde auch schon klar davor, nach Sky-Informationen stehen zwei Mitglieder des Aufsichtsrats noch fest an Seite von Vogt, dagegen sind sechs Mitglieder eindeutig oder tendenziell gegen Vogt als Aufsichtsratschef und bei zwei Gremium-Mitgliedern ist die Interessenslage unklar, das war auch schon so ein bisschen der Stand davor und auch da war schon klar, wenn Vogt weg ist, dass es wohl Tanja Gönner werden könnte, die besten Karten hat als neue Vorsitzende, natürlich auch dann darüber hinaus nochmal die Frage natürlich offen, wie geht es dann aus, geht die Entmachtung von dem Vogt möglicherweise noch weiter, VfB-Präsident e.V., wie sieht es da aus, denn die nächste VfB-Mitgliederversammlung könnte vielleicht da wieder irgendeine Form von Abwahlantrag oder sowas angestellt werden, aber offiziell geht da seine Amtszeit von Vogt noch bis Sommer 2025, also erste Mitgliederversammlung im nächsten Jahr und wie gesagt, das größte Thema bleibt ja weiterhin, inwieweit werden die Mitglieder durch so einen Move entmachtet oder eben die Entsandte aus dem E.V. entmachtet im Aufsichtsrat in der AG und damit so ein bisschen auch einfach im VfB selber, in dem die Geschicke leitet, wie weit das da passiert und das ist dann wohl auch dem Vereinsbeirat aufgefallen, das Kontrollorgan des E.V., das auch die Interessen der Mitglieder wahren soll und das soll wohl bereits im Februar ein Schreiben an alle Vereinsgremien inklusive des Aufsichtsrats verschickt haben mit der eindeutigen Forderung vor der Abberufung des Aufsichtsrats Vorsitzenden muss zwingend die Mitgliederversammlung ihre Zustimmung erteilen, eine Trennung von Präsidentschaft und Aufsichtsrat Vorsitz ohne Einbezug der Mitglieder hält das Vereinsgremium für undemokratisch und das finde auch ich, bin ich alleine da, aber ich oder viele in dem Fall auch so mit für den einfach weiterhin für den größten Punkt weil wir da wieder Thema Moral und Thema wie wichtig sind dir die Fans wie wichtig sind dir Mitglieder unserer Geschichten in dieser Thematik weil klar das kannst du immer argumentieren ist eben das Ding von wegen ja gut Versprechen ist ja auch nur ein Versprechen so ist es halt in dem Business steht nirgends schwarz auf weiß dann wird es halt ausgenutzt die Lücke kann man so sehen ist fein aber ich behalte mir diese naive Fußballromantik noch so ein bisschen bei dass wenn ich sage ey ich breche hier was was ich vor sieben Jahren den Mitgliedern versprochen habe auch für manche vielleicht zumindest ein kleiner ausschlaggebender Punkt damit sie überhaupt für die Ausgliederung gestimmt haben was ja auch schon ein sehr streitbares Thema war beim VfB 2017 macht man das macht man es nicht am Ende ist das durchgekommen durch die MV und vielleicht war es für manche dann auch ein wichtiges Argument und wichtiges Versprechen dass man eben ja die ja die Wichtigkeit der Mitglieder die Wichtigkeit des EVs in der AG ausgegliederten AG weiterhin hält was eben damit ja auch gewesen wäre oder damit war dass der Präsident eben auch Aufsichtsratsvorsitzender ist was er dann nun eben dann nicht mehr ist oder nicht mehr werden sollte und das ist eben einfach ein riesengroßes Versprechen wie gesagt nirgends schwarz auf weiß ist fein ist alles rechtlich in Ordnung aber ich finde wenn man das hat und das sieben Jahre lang lebt und dann auf einmal irgendwer kommt und das ändern möchte und eben die Mitglieder das eben auch sieben Jahre lang so gelebt haben und so im Kopf hatten finde ich es mal fair die Mitgliederversammlung ist so die Frage hier ob man das ob man das macht hinkriegt für so eine Entscheidung in dem Fall sage ich mal eine ganze MV außenordentlich aufzuberufen es dauert ja Ewigkeiten und auch da kann man das auch so ein bisschen vielleicht unterstellen ich glaube die die Zeit hätten sich auch Porsche und so weiter und so fort gar nicht nehmen wollen oder in dem Fall eben alle die in dem Aufsichtsrat gegen Vogt gestimmt haben ich glaube die Zeit hätten sich auch nicht nehmen wollen glaube ich die wollten es schon zackig zackig durchziehen hat man auch gemerkt letzten Wochen wie es angezogen hat da aber ich finde das auf jeden Fall fair zu sagen ey das ist nicht so geil undemokratisch unrechtlich und so weiter ist wieder so ein anderes Thema aber auf jeden Fall den Mitgliedern gegenüber einfach nicht cool nicht fair nicht ja nicht die feine englische Art sage ich mal die gar nicht mit reinzunehmen es gibt ja auch Möglichkeiten der Befragung auch die ist nicht bindend die Befragung ist nicht bindend aber es gibt ja die Möglichkeit der Online-Befragung zur Geschichte zum Beispiel hätte es ja wenigstens mal sowas in irgendeiner Form gemacht weil natürlich sie hätten auch weiterhin trotzdem Vogt abwählen können ist ja auch ganz klar wenn sie sagen jo wir befragen die wir haben die wir haben die ja wir haben das denen versprochen wir haben sieben Jahre dann gelegt jetzt wollen wir es ändern dann befragen wir sie halt mal wenigstens noch irgendwie online auch wenn das eben auch nicht bindend ist aber ja das überhaupt nicht zu machen finde ich schon hart und finde ich auch völlig ja in Ordnung dann das als großen Kritikpunkt anzusetzen auch hier eben vom Vereinsbeirat Kontrollorgan das e.V das damit auch den Mitgliedern generell eigentlich wichtig sein sollte wenn das wenn der Vereinsbeirat sagt ey Jungs das findet man nicht so geil das findet man nicht so nicht so demokratisch und das ja wurde nicht so umgesetzt ne Aufsichtsrat hat das diskutiert allerdings mit großer Mehrheit abgelehnt auch das ist demokratisch ist in Ordnung ob das im Sinne der Mitglieder ist ist die andere Geschichte und da auch wieder das größere Bild dann wie viel Macht haben die Mitglieder noch im Aufsichtsrat ne wie viel Macht hat der E.V. noch im Aufsichtsrat ist ja voneinander so gesehen getrennt sag ich mal aber dadurch ist natürlich Gefahr dass das was die was ja viele Fans erhalten wollen und was ja auch so erhalten ist ne wir haben ja über 75 Prozent gehört dem E.V. dass das ein bisschen an Macht verliert oder auf jeden Fall verloren hat würde ich sagen sagt Vogt als einziger hat das war da wohl dabei zu sagen wir machen das als Mitgliederversammlung dann das heißt eben auch dass tatsächlich ne ein weiterer noch sorry Klaus Vogt und ein weiterer das heißt auch alle anderen die einmal ist eine Möglichkeit wie ein Vogt wie ein Riedmüller wie ein Adrion dass die durch ihre Rolle in die sie reingewählt wurden aktiv von den Mitgliedern in der Mitgliederversammlung im Aufsichtsrat sitzen alle von denen oder einer von denen war dagegen hat sich oder hat sich enthalten war also damit nicht für diese Belange vom Vereinsbeirat für die Belange für die Einbeziehung von den Mitgliedern durch die er überhaupt da drin sitzt plus eben auch die die dann aus dem E.V. selbst quasi gesucht wurden und reingesetzt wurden in den Aufsichtsrat die die Mitglieder aber nicht aktiv auf einer Mitgliederversammlung gewählt haben das gibt es ja auch noch von den ganzen Leuten in dem mittlerweile auch großen Aufsichtsrat waren damit nur Klaus Vogt und ein weiteres Mitglied dafür kommen auch später nochmal genau darauf wer das alles war aber das finde ich dann auch schon ein ziemlich 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 heftiges Ding und bringt auch da den Grund die grundsätzliche Frage auf auf jeden Fall wird hier auch oft als Beispiel genannt Hertha BSC die haben wohl fünf Stück im Aufsichtsrat oder fünf Stück vom E.V. die in den Aufsichtsrat gehen und auch die werden von den Mitgliedern aktiv gewählt das ist glaube ich auch eine Idee und ich glaube das ist auch eine Geschichte die ziemlich ziemlich sicher die Frage inwieweit sich das Thema so hoch hält das Interesse so hoch hält daran aber ich glaube die sich richtig damit auseinandersetzen die auch dann so einen Vorschlag machen sowas einreichen und sowas die werden es im Kopf haben weiterhin bis zur nächsten MV ich denke sowas ist auch eine Idee für eine neue Satzung Satzungskommission die es gibt und so Geschichten ich glaube das ist auf jeden Fall was was interessant wäre und damit hätte man auch damit könnte man ja auch in dem Sinne ja den Fans so ein bisschen Kritik rausnehmen wenn man sagt ey ihr habt die alle gewählt aus dem EV die alle da drin sitzen wenn die Scheiße bauen dann könnt ihr euch weniger beschweren als jetzt wo Leute drin sitzen die nicht von euch offiziell da reingewählt wurden wenn ihr versteht was ich meine das ist auf jeden Fall auch ein Thema was glaube ich auf jeden Fall aktiv wird wir haben auch einmal geschrieben vier der sieben Mitglieder der vom EV entsandten Aufsichtsratmitglieder sind nicht gewählt sondern wurden Aufsichtsrat intern berufen so das ist hier das eine und eben das läuft dann auf der Hauptversammlung der AG wer da reinkommt von den EV Vertretern das wird gewählt auf der Hauptversammlung der AG so und auch hier nochmal in der Stelle Wikipedia Artikel reingeklatscht hier für mich 78,2% VfB Stuttgart EV Aktionär 10,4% Mercedes-Benz Group 10,4% Porsche AG wobei da ja bisher auch nur also nach meinem minimalen Rechtsverständnis aber die die ersten 5, irgendwas Prozent der erst geflossen sind von durch die erste Tranche die zweite fehlt ja noch also für mich in meinem Kopf hat Porsche noch keine 10,4% und 1% Jako AG heißt VfB e.V. hat immer noch an diesem Fußballunternehmen wie es leider mittlerweile betitelt wird 78,2% das nochmal auch für die Wichtigkeit und eben auch die Berechtigung dann bei sowas besonders drauf zu gucken dass eben auch der EV der Mitglieder gesteuerte EV seine Wichtigkeit behalten muss in diesem Verein auch da drücken wir die ganzen Bilder man kennt sie die einzige Konstante sind wir Fans niemand ist größer als der Verein was das Plakat das man ja auch wirklich seit Jahren immer und immer wieder rausholen musste beim VfB leider habe ich ja vorhin auch schon kurz kurz angesprochen wie sehr das einfach nur nervt dass der Verein egal in welcher Situation egal in welchem Jahr egal mit welchen Personalien egal in welcher sportlichen Situation dauerhaft für Unruhe sorgt und dann wurde es eben offiziell 12. März Donnerstag der Aufsichtsrat des VfB stellt sich neu auf um die Vorstandsarbeit professionell begleiten kontrollieren und fördern zu können hat der Aufsichtsrat der VfB 1893 AG die vom EV entsandte Tanja Gönner zur neuen Aufsichtsrat Vorsitzenden gewählt Peter Schimann bleibt wie bisher Stellvertreter Präsident Klaus Vogt Mitglied des Aufsichtsrats da auch direkt schon ein erster Satz wie ein rechter Haken in Richtung Klaus Vogt Thema professionell begleiten kontrollieren fördern und so weiter ist ja so klar durch die Blume durch nach dem Motto das konnten wir bisher nicht unter Vogt also auch da wie gesagt vielleicht kommt es durch von mir aus vielleicht bin ich für euch durch das wie ich es hier gerade anspreche leicht pro Vogt keine Ahnung ehrlicherweise ich bin wirklich sehr neutral was es angeht in meinem Kopf zumindest aber das ist also diese diese Erklärung das Statement dass sie dann kam oder dass jetzt eben dann die Tanja Gönner jetzt eben Aufsichtsratsvorsitzende ist ja keine Ahnung auch da wieder das hätte man ein bisschen stilvoller machen können ein bisschen weniger durch die Blume ein bisschen sachlicher keine Ahnung ich glaube sehe ich auch nicht als einziger so gibt auch ein paar andere die es so sehen ich glaube auch im STR Podcast wurde es glaube ich auch so ähnlich angesprochen das kann man schon stilvoller lösen sage ich mal breche es mal so ein bisschen runter auch da noch mal angesprochen Weltmarkenbündnis und so weiter und so fort auch da würde ich mich auch anlügen ich habe ja auch als es kam das Weltmarkenbündnis war ich ja auch sehr zufrieden eigentlich dachte wow krasse Nummer eben vor allem auch so zwei dann eben zusammen zusammen bei uns ist schon eine ziemlich heftige Nummer mittlerweile ja bleibe ich auch dabei ist weiter eine geile Nummer aber muss eben dann wo es jetzt eben noch offiziell drin sind die ersten Sachen machen können die ersten ja das erste Mitspracherecht und so Geschichten haben in AG wie man es ja eben jetzt auch gerade wirklich auch schon aktiv merkt eben ist ja einfach so ist ja keine Unterstellung sondern man sieht es ja es tut sich direkt schon was sobald die hier drin sitzen muss natürlich dann in welcher Form auch immer ob man es jetzt positiv negativ findet was jetzt aktuell passiert ist aber auf jeden Fall ein Auge drauf haben was die noch so vorhaben mit uns über das hinaus dass sie hier sich heimat bezogen fühlen heimat verbunden fühlen ja hier nicht irgendwie groß mit Gewinnorientierung reingehen und so Geschichten wie es ja immer wieder auch beschrieben wurde und das auch ein Anstoß sein soll dass noch weitere Marken zum VfB kommen was wirklich nur den VfB stärken will darauf muss man jetzt ein bisschen gucken und die auch damit so ein bisschen sich messen lassen inwieweit jetzt wirklich hier als VfB Fans sag ich mal sich hier reinsetzen oder eben dann doch sehr oft Eigeninteresse als Investor natürlich dann auch mit eine Rolle spielt das ja auch ganz klar sonst gibst du ja auch kein Geld dafür aus und für keine Prozente und so Geschichten im Verein dann selber drin die gute Tanja Gönner natürlich auch ein Thema geworden dann die hat natürlich auch einen Eintrag beim VfB ist ja auch ganz klar studierte Rechtswissenschaften an der Universität in Tübingen startet ihre berufliche Laufbahn nach dem Rechtsreferendariat 1999 als Anwalt in einer Kanzlei mit dem Schwerpunkt Insolvenzrecht Anwältin natürlich sorry von 2002 bis 2012 war sie als Berufspolitikerin aktiv als Mitglied des Deutschen Bundestages als Ministerin Baden-Württemberg für Soziales sowie Umwelt Naturschutz und Verkehr und Mitglied des Landtages von Baden-Württemberg von 2012 bis 2022 war Tanja Gönner Mitglied des Vorstands und zugleich Sprecherin des Vorstandes der GIZ GmbH seit November 2022 ist sie Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Industrie BDI und sie ist wohl auch eine aus dem aus der aus der Ecke sag ich mal die nicht von uns Mitgliedern auf einer Mitgliederversammlung aktiv reingewählt wurde sondern eben dann quasi vom EV natürlich trotzdem ja bestellte ja im Aufsichtsrat also die ist jetzt keine die von uns Mitgliedern selber wie jetzt zum Beispiel Vogt oder so was in die Richtung ja da reingeschickt wurde in den Aufsichtsrat durch die Funktion im EV sondern eben einfach über anderen Weg reingekommen ist auch das ist jetzt gar keine Kritik den Weg gibt es halt beim VfB aber es ist zumindest keine direkte Repräsentantin der VfB-Mitglieder das darf man glaube ich dann trotzdem auch so ein bisschen festhalten auch sie wird natürlich zitiert ich freue mich über das große Vertrauen und die neue Herausforderung ich versichere allen Mitgliedern in engem Austausch mit ihnen die Interessen des Vereins bei allen wichtigen Entscheidungen zu vertreten da belege ich Wert auf eine intensive Zusammenarbeit mit dem Präsidium und dem Vorstand mit den Aufsichtsrat Mitgliedern und unserer Partner Mercedes-Benz und Porsche bin ich der Meinung dass in Zukunft die Idealbesetzung des Aufsichtsrats Vorsitzenden ein Präsidiums Mitglied des Vereins sein sollte das von den Mitgliedern direkt gewählt wurde und über die notwendigen fachlichen und persönlichen Voraussetzungen verfügt auch das finde ich schon mal gut man muss ja auch mal was gut finden hier an der Stelle wo ich jetzt hier schon so lange drüber quatsche aber das finde ich auf jeden Fall gut weil sie dann eben das auch anspricht weil das ist sie ja aktuell nicht sie ist ja kein Präsidiumsmitglied das heißt da können sie vielleicht auch nochmal was tun in die Richtung Aufsichtsrat Vorsitz und eben dann davor noch Präsidium und so die Geschichte eben da bestätigt wird gewählt wird wie auch immer auf der nächsten e.V. oder auf der übernächsten e.V. in der nächsten e.V. können sich da was tun und klingt zumindest so als würde sie jetzt vielleicht nicht auf Dauer diesen Posten haben oder haben wollen natürlich auch gut sein dass sie dann sagt nächste e.V. ey komm oder dann wenn es eben wieder möglich ist komm ich stelle mich auf als Präsidentschaftskandidat Präsidiumskandidat kann natürlich auch sein dann bleibt sie in der Rolle drin aber ich glaube das ist zumindest was was wir Fans ich bin nicht der Einzige aber viele sehen es ja glaube ich sehr negativ und sehr sehr kontra gerade sag ich mal gegen die Entscheidung das ist zumindest ein Punkt wo ich sagen würde ey ist ja in Ordnung dass zumindest was wenn sie sich dran halten wo wir glaube ich hinterstehen können dass einfach ein Präsidiumsmitglied das ja von uns gewählt wird im e.V. wäre halt nicht der Präsident aber zumindest quasi fast das Versprechen von 2017 wenn das so kommt könnte man glaube ich damit schon mal ein bisschen besser leben auf jeden Fall der erste Seiten bleibt da trotzdem so ein bisschen bisschen hängen zu ihr gab es natürlich auch direkt so ein paar Tweets oder so ein paar Recherchen sag ich mal Hobby Recherchen ja zu ihrer Zeit als ja Politikerin und so Geschichten ist fast klar dass da nicht jeder 100% sauber irgendwo ist wenn man genau sucht oder so wird auch von Porsche nicht jeder 100% sauber sein hat man ja auch diese Richtung von was wir ja erst vor kurzem aber diese kleine Meldung sag ich mal mit der Strafanzeige und so Geschichten würde ich jetzt gar nicht böser auslegen als es sein muss und so finde ich jetzt auch im ersten Sinn erstmal unnötig da jetzt irgendwie was jetzt alles dann rausgesucht wurde Gönnermails wohl lückenhaft 21 Polizeieinsatz im Schlossgarten auch sie wurde schon in Artikeln in irgendwelchen Rollen als umstrittene Personalie und sowas äh betitelt finde ich aber jetzt an der Stelle noch noch zu früh noch zu unnötig sag ich mal ähm weil ja die ist jetzt seit zwei, drei Tagen da oben Aufsichtsrat-Vorsitzende lassen wir es halt erstmal machen und gucken was so was dabei rumkommt aber eben in dem Atemzug dass ja auch immer wieder Leute sagen ja Vogt ist das Vogt ist dies Vogt ist hier darf man auch glaube ich gerne dann da auch mal so tief graben in dem Sinne als vielleicht auch leicht beleidigtes Mitglied sag ich mal ähm in dem Sinne so ein bisschen tiefer graben auch bei ihr jetzt eben um alle Aufsichtsrat-Vorsitzenden wenn man es mal so ganz trotzig sagen will gleich zu behandeln wie ich es jetzt ja auch schon ein paar Mal getan habe wurde es natürlich auch vermittelt getan online Twitter und so weiter und so fort dass natürlich dieses Versprechen auch noch ein paar Mal belegt wurde oder zumindest noch mal rausgeholt wurde was alles so ging 2017 gab es so ein schönes Erklärvideo auch da war das alles nochmal ganz klar mit drin das Versprechen dass da e.v. weiter sehr wichtig ist dass man da eng verbunden ist den Aussatz-Vorsitzenden stellt und so Geschichten ähm dasselbe wurde auch nochmal das Thema die sind nicht mehr schon gar nicht mehr am Werk ne damals war es ja Geiser, Meintock ähm Hitzesberger und sowas aber auch da wurde in so einem dunkelroten Tisch 2021 also eben nicht vor sieben Jahren sondern auch vor drei Jahren nochmal ähm ja besprochen dass dieses Ding diese diese zwei Rollen verbunden sind und auch so verbunden bleiben sollen und so Geschichten also jetzt nicht sieben Jahre alt sondern auch drei Jahre alt und ja quasi ja war war auch bis vor drei Jahren bis vor drei Tagen noch aktuell bis vor vier Tagen noch aktuell das Thema ich finde das bleibt weiterhin habe es ein paar Mal angesprochen das bleibt natürlich auch der Hauptkritikpunkt würde ich mal behaupten ähm an der ganzen Nummer ähm inwieweit man eben ein Versprechen für wichtig hält oder eben dann sagt ja steht nirgends schwarz auf weiß damit ist uns so ein bisschen egal aber hier wurde eben was gebrochen was seit sieben Jahren am Start ist und auch hier das ist perfekt ich glaube viele kennen es dieser legendäre Post äh Polizei Mittelfranken was damals äh auf Twitter oder auch dieser Satz vor allem mehr als der Post ähm der dann oft immer wieder als Meme-Vorlage dann genommen wird rechtlich dürfen sie es ob dies auch richtig ist müssen sie selbst entscheiden das ist so ein bisschen auch der äh der Konsens äh oder so ein bisschen das was oft äh dann am Ende als Zusammenfassung fast kommt von der Nummer die hier gerade passiert ähm da muss ich auch nochmal wirklich hervorheben auch wir hatten auch einige äh STN-Artikel die ich sehr sehr gut fand aber auch den Kommentar hier ähm vom Kicker von Benny Hoffmann fand ich sehr sehr gut ich glaube der fasst quasi auch perfekt zusammen auch so ein bisschen meine Meinung oder meine Haltung sag ich mal äh zu dem Thema perfekt zusammen ähm Mitglieder welche Mitglieder das ist das Ding wie gesagt auch das alles verlinkt ähm hier wieder Thema zentrales Versprechen gegenüber Mitgliedern gebrochen ähm ähm der EV mag noch die Mehrheit an der AG halten die Agenda setzen aber nun die Investoren so ganz scharf geschossen schon von von Benny Hoffmann ähm und das finde ich auf jeden Fall sehr sehr gute sehr sehr guten ähm Kommentar von dem ich hier auch nochmal quasi das gesamte Ende äh zitieren kann zitieren werde ähm weil das wirklich so ein bisschen auch das ist was mir so ein bisschen im Kopf rumspürt natürlich teils äh ist er logisch auch ein Meinungsartikel von ihm ähm aber auch ähm teils natürlich erstmal nur Befürchtungen sind natürlich noch nichts ganz klar äh sicher ist dass es jetzt so laufen wird aber wie gesagt schreibt er hier Vogt und Co. haben sich über den Tisch ziehen lassen Vogt und seine Mitschreitern ist anzulasten dass sie sich über den Tisch ziehen haben lassen vom Württembergischen Weltmarkenbündnis das zwar keine 25% an der Profi-Fußball-AG des Bundesliga-Dritten besitzt aber künftig im Kontrollgremium die Agenda setzt frei nach dem Motto Mitglieder welche Mitglieder ist auch der Titel von dem Ding der e.V. besitzt rund 78% an der AG und stellt formal die Mehrheit im Rat aber eben nur formal die neue Ratvorsitzende Tanja Gönner die kurioserweise die verfahrene Situation als Mediatorin eigentlich hätte befrieden sollen mag vom Verein in Sand sein gewählte Repräsentant der Mitglieder ist sie nicht inwiefern das noch Auswirkungen auf die Stimmung in der Katakurve haben wird wo die organisierten Fans des VfB stehen werden die nächsten Wochen zeigen und der letzte Absatz wenn ein Diener unter einem Vorbehalt zustande kommt dass der Ratsvorsitzende nach dem Gusto eines Minderheitseigners gestellt wird was ein Vertrauensbruch gegenüber den Mitgliedern darstellt siehe oben dann sollte man vielleicht lieber neu verhandeln zumindest dann wenn man 50 plus 1 nicht nur für einen Papiertiger und seinen Mitgliedern nicht ausschließlich für Kundschaft hält Vogt mag im Hochglanz Business Profifußball wie ein Fremdkörper wirken Vorbehaltung gegen 54-Jährigen gibt es seit Jahren schlechte Sitzungsführung Entscheidungsschwäche Zögerlichkeit an konkreten Beispielen substantiiert wurden sie bislang nicht wirklich das ist das Ende von dem Kommentar von der Meinung und auch da trotzdem nochmal auch ein Vogt muss einiges erklären wie konnte man so viel Unterstützung verlieren weil eigentlich vom Ding her hätte natürlich auch genug Leute noch sagen können ey du nö wir sprechen kein Misstrauen gegen Vogt aus unser Präsident unser Aufsichtsratsvorsitzender passt alles haben ja alle nicht getan oder eben bis auf ein, zwei Leute das eben nicht getan und da muss man natürlich auch erklären wie man das so verlieren konnte bei den ganzen Leuten ja wie das mit dieser Absichtserklärung war und sowas muss auch muss auch ein Vogt erklären aber ja die Schwierigkeit in der Thematik würde ich zumindest behaupten bringen da so ein bisschen so ein bisschen andere rein bei dem Thema und was da eben auch so ein bisschen in diese Kerbe schlägt was auch dann nochmal rauskam zu der offiziellen Abstimmung dann gegen Vogt und eben dann am Ende auch dann für Tanja Gönner also in dem Fall auch so ein bisschen für die Agenda von Porsche eben weil wie gesagt sieben Jahre lang war das Ding nicht angetastet dann wurde es auf einmal wieder neu aufgemacht das Thema EV-Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender eben auch wahrscheinlich einfach absolut an der Person Vogt festgemacht nicht an der Rolle des Präsidenten in der AG im Aufsichtsrat der AG ja sagt schon viel aus das Ergebnis wird hier berichtet mit sieben zu zwei Stimmen bei einer Enthaltung sprachen die Gremium gegen Klaus Vogt ihr Misstrauen aus und da auch das das ist wieder so ein Punkt wo ich dann auch mal wie gesagt ich bin ja nicht nur komplett pro oder wie auch immer oder kontra Porsche oder wie auch immer man das jetzt auslegen will formulieren will aber hier ganz klar so ein bisschen kontra Vogt Besondere dabei der Präsident war zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr bei der Hybrid-Veranstaltung zugegen er hat die Sitzung für beendet erklärt auch um einer Abwahl zu entgehen wenn das so war ist er natürlich schon ein bisschen arg albern muss ich sagen auch wenn er das Ding vielleicht für falsch hält auch wenn er ja sagt ey nö ich mach hier gar nichts bevor die Mitglieder nicht befragt wurden was ja auch sein gutes Recht ist und sowas aber dann halt zu gehen und so ein bisschen über so Wege zu versuchen ja ich beende das Ding mal vielleicht werde ich doch noch nicht abgewählt ist halt auch ein bisschen schwierig aber der nächste Teil der jetzt kommt macht das Ding vielleicht so ein bisschen rechtlich relevant noch oder vielleicht anfechtbar denn am Ende des Tages hat tatsächlich der stellvertretende Aufsichtsratschef Schümern das Ding eingeladen die Sitzung die auch ganz vorgewillt irgendwie zuerst scheinbar in zwei verschiedenen virtuellen Sitzungen war bevor das halt irgendwie gescheit zusammengeschaltet wurde und sowas auch wieder ne Hashtag VfB sein an der Stelle ähm aber ne rein formal beruft der Vorsitzende so eine außerordentliche Versammlung ein ähm und es gilt auch gewisse Fristen einzuhalten ähm was jetzt hier nicht 100% danach klingt haben eben dann andere durchgezogen auch ohne Vogt vor Ort haben die dann eben da ähm ja das Misstrauen äh ausgesprochen also auch dadurch aus was dass man vielleicht glaubt nicht dass es großen Erfolg hat ähm aber grundsätzlich äh dass vielleicht sogar ähm anfechtbar ist und was dann natürlich auch kam ist ja auch so ein bisschen logisch und ist auch das gute Recht auch das fanden viele die gegen Vogts dann sag ich mal ähm dann irgendwie lächerlich und irgendwie ja unnötig erbärmlich ist noch so zu machen ist das gute Recht haben sich nämlich geäußert ähm äh Präsident mit Vereinsbeirat haben Stellung genommen ähm auch die gehen in diese Richtung von äh auch so ein bisschen diese Kicker Kommentarrichtung sag ich mal gehört der VfB wirklich noch seinen Mitgliedern ähm ja zeichnen leider ein anderes Bild die die Aktivitäten die da passiert sind die Aktionen und auch da wieder ne war wohl nicht abgestimmt mit dem Verein ich weiß nicht ob das abgestimmt sein muss also diese Pressemeldung dass eben Vogt ähm da abgesetzt wurde und äh Gönner das Ding jetzt übernimmt ähm war nicht abgesprochen mit dem EV weiß nicht ob das irgendwo feststeht wahrscheinlich nicht aber auch das so der Thema moralisch und keine Ahnung saubere Nummer und sowas klingt auch nicht so wirklich danach ähm dann auch so eine wilde Nummer wo es dann hieß eben in der Erklärung äh die dann an die VfB Mitglieder ging wo auch der ganz komische Versuch mit drin steht von Porsche ähm ja das Vogt auch schon vor dieser vor dieser Misstrauenswahl äh das Ding einfach selber hinlegen soll mit so einem ja Lösungsansatz von vorgeschobenen persönlichen oder gesundheitlichen Gründen ähm deswegen zurückzutreten oder sowas war für Vogt natürlich keine Optionen schreibt da mit rein oder schreiben die mit rein weil ja nicht nur ein reines Vogt Ding ne ist ja nicht nur der Ich-Perspektive geschrieben das Teil ähm aber das ist dann auch schon wieder irgendwie eklig ne wieder Thema Moral Thema Sauberkeit von solchen Geschichten das ist dann irgendwie auch schon ein bisschen ein bisschen eklig finde ich tatsächlich und auch da steht nochmal drin dass diese ne ne Thema Thema Abberufung ähm und der der Beschluss dann vielleicht sogar notfalls zu klären wäre rechtlich äh fragwürdig und sowas vielleicht kommt da Sperr noch was nochmal was äh nochmal mehr nochmal Wind rein in das Thema sag ich mal ähm und ähm ja er sagt auch nochmal das ist bindend für ihn für uns ähm dieses Versprechen ähm das das Ausgliederungsversprechen ähm und deswegen bedarf es zwingend einer demokratischen Legitimation durch das oberste Organ unseres Vereins der Mitgliederversammlung schreibt der Vogt auch nochmal mit rein oder schreiben der schreiben die die vom die das vom EV eben geschrieben haben da äh mit rein an die Mitglieder finde ich auch völlig in Ordnung alles fair und da nochmal sieben der elf Kontrolleure also eben in der AG äh ähm sind äh ja waren waren dagegen oder waren gegen Vogt sag ich mal ähm und so sieht der VfB äh so sieht Vogt den VfB so rum nun sogar Gefahr laufen die 50 plus 1 Regel zu unterlaufen da muss ich fairerweise sagen die Angst okay die kann man haben irgendwie auf viel Zukunft gesehen und bei Investoren und sowas ist das immer so ein bisschen so eine gewisse Angst dabei bei dem bei solchen Themen ähm aber 50 plus 1 unterlaufen oder so ist sie jetzt aktuell noch nicht ne muss weiter warten wie läuft es weiterhin dann mit äh ja mit ähm ja einfach den den Leuten die da drin sitzen die Leute die da drin bestimmen wer hat jetzt wie viel äh Einfluss in der AG jetzt mal auch weg weg davon ähm wie viel Prozente man am Verein hat und so Geschichten ne man kann ja trotzdem auch im Verein mehr wirken als man also in so vergleichbar quasi in Prozentzahlen mehr einwirken und mehr ähm ja Macht haben da drin als man irgendwie offiziell am Verein hält und sowas ne ist ja auch ganz klar wenn man Sachen anschiebt und so wie ja jetzt hier auch ne kommt einer rein mit 5, irgendwas Prozent aktuell schiebt das an oder schiebt das mit an dass Vogt vielleicht nicht die beste Wahl ist und zack stimmen ihm auch Leute zu die eigentlich von Mitgliedern gewählt sind und eigentlich dann auch zumindest mal mindestens ähm in dem Sinne auch ja die 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 Rechte oder die das Mitspracherecht der Mitglieder in irgendeiner Form hätten wahren sollen indem man halt zumindest irgendwie ein bisschen ja Zeit da reinbringt ein bisschen Zeit reinbringt da eben in dem Sinne um die zu befragen um in irgendeiner Form mit denen in Austausch zu kommen bevor man sowas einfach macht ne und jetzt eben so steht es ja auch drin sieben der elf Kontrolleure wie gerade schon gesagt ähm ja haben dem äh ja haben den Verein nicht Gefolgschaft geleistet kann man so ganz scharf sagen ähm und eine Enthaltung eben noch ne deswegen das ist schon alles in Ordnung finde ich das so reinzuschreiben klar ist auch da eine Schärfe drin im Statement ist ja auch ganz klar ich glaube das kann man jetzt auch keinem irgendwie böse nehmen dass da dass man da ein bisschen schärfer reagiert ähm ich meine auch das das Statement wo es hieß yo Vogt ist abgesetzt und sowas ähm da war ja auch schon so ein bisschen Schärfe drin so ein bisschen durch die Blume drin ne deswegen finde ich das beidseitig äh in Ordnung ähm und ähm interessant ist natürlich bei dem Statement noch ähm hier laut SCZ SCN ähm dass das wohl nicht von allen im Vereinsbeirat getragen werden sollte äh oder getragen worden sein sollte so um es glaube ich richtig ähm dieses Statement rauszugeben und diese Statement diese Stellungnahme so zu schreiben aus dem ähm aus dem EV weil ähm das wohl Präsident war eben von Vogt und eben Teile des Vereinsbeirats ähm und äh immerhin innerhalb des innerhalb des Gremiums da es aber eine Beschlussmehrheit gegeben haben und äh ja Riedmüller sowie einige Vereinsbeiräte sollen jedoch nicht hinter der Stellungnahme stehen und so war es ja auch bei der Wahl Riedmüller soll der eine gewesen sein der sich ähm enthalten hat eine ganz nette Chronologie hat auch noch die Sportschau veröffentlicht in einem Artikel und hat eben auch nochmal den Aufsitzrat äh aufgelistet und ich es auch hier noch getan habe wenn ich schon sehr sehr lange drüber Quatsch hier ähm nochmal auch alle quasi durchgehen Tanja Gönner weiterer Posten Hauptgeschäftsführerin BDI Peter Schümon Mercedes-Benz Controlling Franz Reiner Mercedes-Benz Mobility Lutz Meschke Vorstand Porsche Albrecht Reimold Vorstand Porsche Alexander Kläger Präsident Mittelosteuropa SAP Tobias Röschel Vorstand Jako Beate Beck-DeHarde Geschäftsführerin Beck GmbH Klaus Vogt Präsident VfGott e.V Rainer Atrien Vizepräsident VfG Stuttgart e.V Christian Riedmüller Präsidium Präsidiumsmitglied VfB Stuttgart e.V und auch da klar jeder hat natürlich auch unterschiedliche Ansichten unterschiedliche Verbundenheit zum VfB als Mitglied als Fan als wie auch immer aber das sind dann vom Grundsatz her drei aus dem e.V vom Grundsatz her drei die von uns Mitgliedern da reingewählt wurden durch ihre Rolle im e.V und damit auch das ist immer Auslegungssache inwieweit die das tun und wie gut sie das tun aber dem dann ehesten zutrauen sollte oder ehesten auch von denen erwarten sollte dass sie unsere ja unsere Belange sehr sehr ernst nehmen die Mitgliederbelange und der Rest klar auch eine Beck-DeHarde hat man ja gesehen das war ja auch zum Beispiel eine die wohl unterstützt hat im Sinne von fragen wir die Mitglieder im Vergleich zum Riedmüller hat er auch dann scheinbar gesagt ne ich enthalte mich ein Adrian war ja dabei hat er gesagt ja befragt man auch die Mitglieder also auch eine Beck-DeHarde war dann vielleicht eher auch Mitgliederseite aber sonst der Rest ne das ist zweimal Porsche zweimal Mercedes da ist schon viel viel mehr ich sag mal Gleichstand drin in dem Grundsatz Investoren und Verein Investoren gegen Verein Mitglieder wie auch immer als man ja ich sag mal denken würde bei 5% ne also das eben vielleicht auch das worauf viele dann oder am Ende eben 10% wo viele dann eben dann am Ende auch drauf drauf hingehen von wegen ja Unterwanderung 50 plus 1 dadurch kann man da vielleicht schon so ein bisschen dadurch vielleicht hat man schon so ein bisschen einen Grundsatz von ja sag mal Anfangsverdacht oder Angst vor dem was kommen könnte das ist ja auch immer noch das große Ding was ja auch bei dem DFL Investor Ding so groß war die Angst davor was noch passieren könnte viel mehr als das was bisher schon passiert ist und die Angst davor was passieren könnte aus sehr sehr vielen Negativbeispielen in der Bundesliga oder generell mit Investoren in Fußballclubs und sowas die auch da fairerweise oft dann auch viel mehr Anteile hatten als es jetzt Porsche und Mercedes bei uns tun und auch hier wieder ne genaues Thema ist auch ein neues Thema nochmal so ein bisschen aufmacht ne auch das Prozent Prozente Thema wie viele Prozente die haben unsere Geschichten weil so wie ich es verstanden habe ist ja die Hälfte von der Kohle diese 20 Millionen was es da waren geflossen mit der ersten Tranche heißt für mich eigentlich auch dass jetzt dann bisher auch nur die erste Hälfte der Prozente haben sollten diese 5, irgendwas also Porsche und jetzt gab es hier auch nochmal wurde ja schon mal schon vor Ewigkeit mal berichtet dass das vielleicht an Bedingungen geknüpft ist aber jetzt auch hier nochmal die zweite Tranche ist wohl kein Muss weil das wohl so ist dass Porsche ja das Ding wohl selber oder so zumindest angedeutet dass Porsche selber bestimmen kann wann sie diese diese Tranche geben die zweite Tranche die zweite Tranche kann Porsche im Sommer 2024 anweisen das war ja so bisher der Plan was überall immer rauskam muss es aber wohl nicht das heißt auch das bringt nochmal so ein bisschen eine Schwierigkeit rein würde ich sagen und eben auch die andere Frage ich glaube die wird schon kommen die Tranche so ist nicht aber auch die andere Frage mit rein was 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 passiert denn dann mit Prozenten und so Geschichten wenn sie nicht kommt bleiben die dann bei fünf Komma irgendwas Prozent weil kann ja nicht mit einer von zwei Tranchen die vollen Prozente haben im Verein also das ist auch nochmal so ein Thema was unnötig ist so ist komplett unnötig auch so ein Fass nochmal aufzumachen auch da wie gesagt das ist nicht nur Porsche Porsche hat den auch in dem Fall wieder mal wohl clever gehandelt und einfach auch ein bisschen ja auch bei dem Thema als mal Aufsichtsrat und Mitgliederversprechung und so weiter einfach eiskalter vielleicht auch durch das Business eben geschuldet wo ja Porsche eigentlich herkommt da muss wahrscheinlich auch ein bisschen eiskalter sein diese hohen Tiere als jetzt ein Fußballverein vielleicht sein sollte sag ich mal ganz naiv auch an der Stelle wieder aber auch da dann auch von den Leuten die das verhandelt haben beim VfB raus einfach schwach das ist so das dann das dann so enden könnte dass Porsche bestimmt wann die Tranche kommt das vielleicht rauszögern könnte das vielleicht an Bedingungen knüpfen kann weil das ist ja auch nicht Sinn der Sache also das ist auch dann wieder von den Leuten wer auch immer das da alles war nicht gut rausgehandelt worden würde ich mal behaupten und dann bin ich hier noch zum Schluss meine ganzen Notizen durchgegangen die ich mir sonst so noch nebenher geschrieben habe sehr sehr viel davon natürlich schon gesagt oder schon durchgekommen durch die Punkte hier die Artikel hier die Tweets die Meinungen die ich hier durchgegangen bin und auch teilweise eben auch kommentiert habe ich glaube das größte Ding bleibt weiterhin eben das ist ja auch der Grundsatz von dem ganzen Ding viel mehr kann man auch noch nicht groß bewerten viel ist ja ich sag mal Anfangsangst oder Anfangsverdacht und sowas und eben da schon mal ein wachsames Auge haben auf manche Dinge auf manche Dinge eben im Aufsichtsrat in Sachen wie viel Macht hat der Investor wie viel Macht hat der FV noch wie viel Macht haben die Mitglieder noch ist eben das Hauptding dieses Ding nach sieben Jahren dieses Versprechen zu brechen ich bin ja dabei rechtlich alles fein ist in Ordnung vorhin aber auch schon gesagt für mich ist es aber emotional und moralisch absolut zu kritisieren dass man da dann eben in dem Zuge ein Versprechen das sieben Jahre lang hielt kann man ja so sagen dann ob das dann nur der Ausschlag war ist die andere Sache aber das sieben Jahre lang hielt bis dann Porsche kam bis dann das Weltwagenbindnis kam da darf man die Mitglieder viel viel mehr mit reinnehmen was das bedeutet ist ja eine andere dran das umzusetzen und rechtlich zu gucken sei es eine Online-Befragung die nicht binden ist aber zumindest ein Ergebnis gibt weil ey wenn du eine Online-Umfrage machst und dann irgendwie die Mitglieder teilnehmen und 70% sagen wir sind dagegen dass das hier geändert wird dann können sie es immer noch machen weil es nicht binden dann wird es natürlich noch ein bisschen schwieriger zu sagen 70% der Mitglieder sind eigentlich nach unserer Umfrage dagegen dass wir das tun wir tun es aber trotzdem das ist ein bisschen schwierig aber wie gesagt auch da Unterstellung ich glaube das wollte das sollte so schnell getan werden das sollte dieser erste Move sein seit diesem Weltwagenbündnis seitdem sie es eben auch offiziell seitdem sie jetzt auch offiziell mit im Aufsichtsrat sitzen der AG und auch da wie gesagt das nochmal ganz kurz rechtlich ist das alles fein man kann auch da sagen dass eben 2017 dann eben schon Fehler gemacht wurden ist auch ganz klar es ist wahrscheinlich komplett naiv es ist Fußballromantik und so ist es dann vielleicht halt auch im Business auch das ist für mich keine geile Argumentation aber auch die wird manchmal herangeführt und auch zu Recht herangeführt dass das eben so im Business ist dass eben da so Lücken gesucht werden dass eben da so Konstellationen genutzt werden wenn irgendwas nur ein Versprechen war und irgendwas nicht schwarz auf weiß ist aber auch da nochmal wie gesagt es war sieben Jahre lang Gang und Gäbe und da auch von uns Mitgliedern aus dass da auch kein Druck kam oder so das irgendwann mal festzuschreiben und da finde ich keine Ahnung braucht auch da keine Kritik an uns oder so oder an irgendwen da zu sein weil es war ja sieben Jahre lang Gang und Gäbe also sieben Jahre lang wirkte es nicht so als müsste es noch irgendwer in Stein meißeln auch das nochmal vor drei Jahren das Statement beim dunkelroten Tisch bei diesem Treffen da was auch nochmal die Runden gemacht hat auf Twitter es war ja immer komplett klar dass es so ist vom Gefühl her musste es nie noch mehr und noch sicherer auf irgendein Papier geschrieben werden weil es ist ja eh schon so jetzt kam halt jemand der diese Lücke genutzt hat das eben jetzt abgewandt hat geändert hat Vertrauen ist auf jeden Fall in gewisser Weise gebrochen in gewisser Weise verloren auch eben von den Leuten die einfach dagegen gestimmt haben oder eben ich sag mal nicht die die gegen Vogt gestimmt haben sondern die die jetzt schon gegen Vogt gestimmt haben ohne Einbeziehung der Mitglieder das ist glaube ich der ganz wichtige Unterschied und das ist ganz wichtig das noch dazu mitzuerwähnen das mit einzubeziehen und ja auch bei dem wie gesagt kann gut sein dass jetzt hier nach dem langen hier langer Laberei vielleicht eher pro Vogt rüberkommen als irgendwie pro Investor wie auch immer für mich im Kopf ich bleibe da eher neutral oder versuchsneutral zu bleiben aber so wie es da wirkt da kommt dann Porsche rein auf einmal sind alle anderen auch noch dagegen oder alle anderen gegen Vogt und sowas hast am Ende neun gegen zwei selbst Leute außen e.V. ja übergehen die Mitglieder in Sachen Mitsprachrecht unserer Geschichten nur damit halt ein Vogt da raus geht oder eben entmachtet wird ist ja nicht raus aber eben entmachtet wird das ist schon arg keine Ahnung Schulhof also auf dem Schulhof wird man das als raus mobben betiteln sag ich mal also das finde ich schon auch so schon so ein bisschen krass Thema Absichtserklärung bleibt da und ist auch noch da ist die Frage mit welchen Zusätzen das da formuliert wurde und sowas da haben wir halt nie genug Einblick auch da wieder Thema Kommunikation vom VfB Stuttgart man muss jetzt alles quasi selber herleiten aus Berichten zusammenfassen sich selber eine Meinung bilden weil eben aus dem Verein nicht großartig viel kommt zu den ganzen Thematiken da immer wieder und eben auf Zukunft gesehen muss man eben auch da so ein bisschen drauf gucken oder auch drauf gucken dürfen wie da drin nach welchen Interessen da drin im Aufsichtsrat der AG ja gehandelt wird weil jetzt haben wir ja elf Stück soweit ich das jetzt im Kopf habe im Blick habe und davon sind ja schon so fünf sechs Stück irgendwie Porsche Mercedes Jako und so weiter und auch da wieder auch das wird wahrscheinlich so rein rechtlich und wie auch immer nicht eins zu eins vergleichen können ich tue es jetzt trotzdem aktuell Porsche zum Beispiel 5,49% mit der ersten Tranche sitzen zwei Stück drin von den elf Leuten das heißt sie sind da schon 18% des Aufsichtsrates statt eben 5,49% des Vereins sag ich mal das ist wahrscheinlich ein sehr einfacher naiver Vergleich aber ich bringe jetzt trotzdem mal an weil so kann man es eben auch formulieren es haben so viele getan und so halten es so sehen es auch viele auch durch die Aktion ist eben dass Porsche jetzt schon mehr Mitspracherecht mehr Macht hat in dem Aufsichtsrat und damit im VfB Stuttgart quasi aufs Ganze bezogen als sie sich eigentlich eingekauft haben so das runtergebrochen und auch hier nochmal der Vollständigkeit Beate Beck-Dehade und Rainer Adrien hielten zu Vogt Christian Riedmüller auch ja Präsidionsmitglied enthielt sich der Stimme und alle anderen also die Gönner und dann eben Meschke Schimon Rainer Raimold Röschel Kläger haben für einen Neuanfang mit Gönner gestimmt das nochmal zu dem offiziellen vom Dienstag und auch da muss auch das nochmal auch daran wird sich dann Porsche irgendwann messen lassen müssen das ist ein Auszug aus der SCN hier selbst in Stuttgart wo sich Mercedes-Benz und Porsche nicht als klassische Investoren verstehen weil sie keine Gewinnabsichten hegen sie sehen das Millionenengagement als Bekenntnis zur Heimat und das ist halt die Frage inwieweit das so stehen bleibt inwieweit das nur Floskeln sind inwieweit eben eine Weltmarke am Ende des Tages eben auch einfach nur eine Weltmarke ist auch da ist gar keine Grundkritik an denen aber was das eben so mit sich bringt dieses Thema große Tiere und sowas hohe Tiere weil für mich Bekenntnis zur Heimat heißt für mich auch Bekenntnis zur Wichtigkeit von Mitgliedern und das ist hier halt absolut nicht gelebt worden so nach meiner Meinung und nach vielerlei Meinungen Gönner auch die hoffen wir mal dass die einfach da auch einen guten Job dann macht solange sie ihn eben macht soll ja vielleicht irgendwann dann eben ein Präsidionsmitglied werden der Vorsitzende im Aufsichtsrat deswegen hoffentlich macht sie einen guten Job hoffentlich gibt es bei ihr nicht auch bald irgendwelche Artikel quasi wie bei Vogt also im Sinne von jetzt ist sie da Vogt haben sie rausbekommen jetzt hoffen wir mal dass sie es besser macht als Vogt wenn man es so sieht dass Vogt da ganz viel falsch gemacht hat ich glaube so kann man es glaube ich formulieren weil da fehlt ja bei den meisten Sachen irgendeine wirklich belegbare Grundlage von irgendwas vieles Unterstellungen und so weiter und so fort ja und runtergebrochen habe ich vorhin schon gesagt halte ich es für komplett unnötig aktuell dieses Fass aufzumachen dieses Fass vor allem so schnell aufzumachen und so schnell durchzurollen um beim Thema Fass zu bleiben das Thema so schnell durchzuballern durch den Verein ja halte ich für unnötig habe auch eigentlich gar keinen Bock drauf gehabt mich hier groß einzulesen man muss es aber trotzdem tun weiß auch noch gar nicht so richtig wie happy ich mit der Nummer hier bin Stunde ist eigentlich viel zu lange als ich eigentlich geplant hatte darüber zu quatschen ist auch glaube ich durchaus hier und da gut durcheinander geworden dazu auch gerne Kommentare runter also was das angeht da bin ich nicht der Experte drin oder auch nicht gut genug drin für sowas mit Vereinspolitik ich habe es mal hier einfach mal alles durchgeguckt alles durchgelesen Meinung abgegeben und so weiter und so fort war es sicherlich zu lange glaube ich weiß ich auch selber aber ja ist eben jetzt zu lange geworden ich glaube meine Punkte kamen trotzdem ganz gut raus vielleicht muss man sich noch ein zweites mal anhören manche Takes aber ich glaube es kam sonst raus es nervt einfach unfassbar eine unfassbar geile Saison und trotzdem so ein Kindergarten oder bei dem Rausen-Mobben Beispiel so einen Schulhof trotzdem weiterhin zu haben ist einfach nervig und was auch am Rande davon noch berichtet wurde ist dass es weiterhin keine Bewegung gibt beim Thema Sportvorstand Wohlgemut ja auch nur noch Vertrag bis 2025 ich hoffe sehr dass da irgendwas passiert dass eben Wohlgemut in dem Sinn auch gebunden wird wie ein Hoeneß weil es wirkt schon so als wären die ein gutes Team zusammen oder generell einfach ein Erfolgsduo Erfolgstrio wenn du auch einen Werder mit reinnehmen willst oder wie auch immer alle da mit reinnehmen willst auch Coaching-Stuff und so ist ja auch ganz klar aber das wäre scheiße wenn das irgendwie untergeht und wir dann irgendwie irgendwann sogar Wohlgemut dann doch random aus dem Nichts sag ich mal verlieren deswegen auch da weiter Augen drauf Sportvorstand keine Ahnung kann ein Wohlgemut machen wurde von Werle schon oft nahegelegt es gibt wohl auch schon ein, zwei andere Kandidaten irgendwie der wird ja glaube ich meines Wissens auch vom Aufsichtsrat bestellt dann der der Sportvorstand wenn ich es richtig im Kopf habe ich mir auch gar nicht gerade gar nicht hundertprozent sicher Position auch da wieder Position hin und daher Wohlgemut bitte darauf achten der hat auch noch ein Jahr Restvertrag oder jetzt noch ein bisschen mehr da gerne auch demnächst oder zeitlich genug wie jetzt auch schon bei Hoeneß geschehen ja für Klarheit sorgen dann noch weiter zu den VfB News zum VfB News Teil die Folge ist jetzt eh wahrscheinlich oder was heißt wahrscheinlich die ist schon die deutlich längste von dem Dreiteiler dann ist es so ich dachte echt dass ich vielleicht ein bisschen kürzer bin mit dem Aufsichtsrat und so Geschichten aber ja ist nicht ganz gelungen aber VfB News merke ich auch ja an Kommentaren an Aufrufzeilen zur Geschichte bin ich auch ganz ehrlich ist ja somit das interessanteste immer wenn ich so Dreiteiler gemacht habe hatten quasi immer die VfB News glaube ich immer die meisten Aufrufe deswegen wird auch ganz nett verpackt dann vielleicht ein Thema drin zu haben was dann auch da kommentarmäßig aufrufemäßig nicht ganz so interessant ist für die meisten wenn es irgendwie um Investoren sowas ging waren es eher die schwächeren Videos dann habe ich quasi so ich sag mal ein vermutlich schwächeres Thema hier mit drin mit dem vermutlich interessantesten Thema dann haben wir das so auch vielleicht ein bisschen gelöst und kommen neutral auf ein ganz ganz rundes Ding hier Nummer 1 ist ja Vataru Legendo der wieder zum besten Spieler gekürt wurde von Liverpool selbst beim 1-2-1 gegen Manchester City bei dem absoluten Top-Spiel vom Sonntag habe ich mir auch angeschaut saß mit Endo-Trikot von Liverpool auf dem Sofa sehr sehr geil gewesen und da haben wir noch den Tweet hier mit reingenommen von Ricky das wäre natürlich ein absoluter Traum vielleicht passiert sogar in der Champions League wer weiß aber selbst wenn es in der Champions League passiert dann vielleicht irgendeine Form von Abschiedsspiel irgendwann mal mit Endo jetzt gar nicht im Sinne von für ihn sag ich mal das Abschiedsspiel so einfach zu sagen ey komm wir machen ein Testspiel gegen Liverpool irgendwie das letzte Spiel vor Saisonbeginn so Atletico Barca was war das andere noch Villareal glaube ich oder Valencia war es Valencia eins von den beiden so in dem Stil das dann eben einfach mal gegen Liverpool zu machen zu Hause das wäre schon das wäre schon richtig richtig geil dann eben auch Endo kannst du in dem Sinne nochmal würdigen dann im gleichen Atemzug schöne Aktion haben wir mal rausgehoben hier von Stiller unter anderem waren beim Fotoshooting mit sechs jungen Fans mit Down-Syndrom sehr schönes Ding auf jeden Fall die VfB macht finde ich auch da ganz generell gesellschaftlich und so weiter von so Aktionen auch Mittelstadt oft mal dabei in Stenzel in Bredlo auch schon ein paar mal angesprochen sehr gut sehr sehr gute ja gibt ein sehr gutes Bild ab auf jeden Fall macht einen sehr sehr guten Job auch hier reingenommen vielleicht auch ein bisschen persönlich weil ich auch selber einige einige Ferienjobs gemacht habe hier Diakonisches Werk Diakonie ja Arbeit mit Behinderten und sowas seien es Kinder Jugendliche Erwachsene und sowas das ist schon eine ganz besondere Arbeit auch nicht einfach auch für einen Dauerjob oder quasi Hauptjob mäßig schon auch wirklich ein hartes Ding aber die einigen Ferienjobs die ich da gemacht habe über ein paar Wochen das war schon alles immer sehr sehr besonders deswegen auch schön dass der VfB da was macht die haben aber auch selber mit der Diakonie schon oft was gemacht meine ich mich zu erinnern TV-Auftritte da war ja Wohlgemut dann am Samstagabend im Sportstudio guten Job gemacht wird immer besser auch immer solider und sowas von der Ausdrucksweise vom Auftreten her Außendarstellung und so weiter wirklich sehr sehr gut und wer auch noch dabei war war Werle der war am Sonntag dann im Doppelpass und da kam zumindest mit raus oder dass man da ein bisschen mitnehmen kann was ganz witzig war war seine Reaktion darauf als es darum ging ob man das Geld hat für und da für 20 Millionen hat er auch lacht gesagt die Summe kenne ich gar nicht da muss ich schon kurz schmunzeln bei so einem Kommentar so ein plumper Kommentar die Summe kenne ich so gar nicht genau aber kann man auch da vielleicht haben manche gemacht gehe ich auch mit ein bisschen ableiten vielleicht dass es dann vielleicht doch nicht unbedingt diese wirklich bis zu 20 Millionen sind diese wirklich krachende Batzen Kohle sondern vielleicht doch eher diese Richtung ist die ja Sky irgendwann vor kurzem mal geschrieben hat sondern 13 bis 15 Millionen das wäre schon deutlich angenehmer das kann man da vielleicht ein bisschen rausnehmen und Undaf auch der natürlich sowieso geiler Typ da brauchen wir nicht drüber reden war bei der Ballers League dabei wurde ein Interview geführt und einfach als er dann quasi raus war als wir zum nächsten Thema übergegangen sind hat man quasi außen off wurde schon überblendet aber hat man ihn noch gehört nach all der Scheiße ein bisschen leise reingesummt ins Mikrofon guter Mann einfach guter Mann dennis Undaf Modahut ist das nächste kurze Thema Herzensprojekt Der Hut will künftig für Syrien spielen hat er schon ja Testspiele und so Geschichten mal für Deutschland gemacht aber eben nach Regularien passt das alles dass er den den Wechsel vollzieht dann noch waren auch nur sehr sehr wenige Spiele und hier auch sein Zitat Syrien ist das Herkunftsland meiner Familie und schließlich auch mein Geburtsland und ich habe schon früh von meiner Familie gelernt wie privilegiert wir in Deutschland leben dürfen und wie wichtig es gleichzeitig ist den Menschen in Syrien Freude zu bringen das möchte ich gerne tun und freue mich sehr auf dieses Herzensprojekt sehr schöne Aussage finde ich auf jeden Fall und da gab es jetzt eben den Nationenwechsel von Motorhut von unserem aktuellen Leihspieler auch nur bis Sommer Alexander Nübel 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 ist das nächste Thema auch da habe ich ja vorhin schon mal reingesagt nach dem Motto warum soll ich denn gehen wenn ich jetzt irgendwie Champions League spielen kann beim VfB und so Geschichten das hier bläst ins selbe Rohr eigentlich so bei welchem Verein bitte findet Nübel aktuell so eine Verehrung sag ich mal wie bei uns so wenn er zu den Bayern geht wenn er irgendwo nach England geht kriegt er nicht nach jeder noch so leicht abgefangenen Flanke ein Nübel 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 Sprechgesang kriegt er einfach nicht so ist einfach so und da wohlgemut hofft auf Nübel Einigung war noch ein Artikel vom vom Kicker dass da wohl auch die Bayern erstmal natürlich mit ihm reden also das war glaube ich auch seine Aussage im Sportstudio dass erstmal die Bayern dran sind sagt im Kicker weil der ja noch Vertrag hat das vor 25 Nübel und die natürlich erstmal sprechen müssen wie machen wir es mit dem und danach kommt erst der VfB ins Gespräch so klang es raus und hier kann man irgendwann die Geschichte von 442.com Alexander Nübel tendiert zu Bayern Abschied Stuttgart will ihn fix ja fix ist so ein Thema bleibe ich dabei das ist wieder so viel Kohle das halte ich für sehr sehr schwierig bis nahezu ausgeschlossen ihn wirklich fix zu halten was ja oft berichtet wurde und was war irgendwann auch so in den Berichten war dass es wohl recht wahrscheinlich sein könnte ist halt dass man sagt die Bayern verlängern nochmal und dann holen wir nochmal ein Jahr für per Laie halt wie wir es jetzt aktuell haben fix könnte ich mir schwer vorstellen wenn Nübel gehen will dann ist natürlich das Thema Laie auch vom Tisch aber es ist nämlich einfach ein fixer Wechsel das ist ja auch ganz klar und eben keine Verlängung bei Bayern und keine mögliche Laie dann gab es ja auch schon die kleinen Gerüchte oder kleinen Namen wie ein Ortega und sowas also kleine Namen im Sinne von kleine Gerüchte kleine Gerüchteküchenamen wie ein Stefan Ortega von Man City und sowas aber im besten Fall würde ich mir auch wünschen einfach Nübel verlängert bei Bayern nochmal in seinen Vertrag und wir können ihn nochmal ausleihen vielleicht kannst du diesmal in Kaufwurzung mit reinschreiben vielleicht auch nicht wieder Thema wie planst du mit Simon und so Geschichten habe ich schon ein paar Mal besprochen deswegen mache ich sie ganz kurz Führig vergisst es ist mein nächster Unterpunkt weil da wo der gab eine Vertragsverlängerung und auch bei ihm kam heraus hat eine Ausstiegsklausel wo drinstehen und dann natürlich direkt kreatives Scouting mal wieder Bayer Leverkusen Borussia Dortmund RB Leibs sich alle interessiert an Chris Führig am 26-Jährigen irgendwie gerade auch bei Dortmund wäre es wirklich der Dortmund-Transfer schlechthin kam auch so Jugendjahr auch von denen und sowas so ein Rückkehrer Transfermäßig wäre das Typische der Welt irgendwie mit Dortmund aber wie ich es auch im Punkt genannt habe Führig vergisst es die wechseln nicht Führig wechselt nicht vergisst es also passiert nicht glaube ich überhaupt nicht dran auch das auch das ist vielleicht naiv aber der hat vor kurzem erst den Vertrag verlängert warum soll er jetzt schon gehen gab auch schon Gegenbeispiele hat nichts zu heißen aber auch so von Führig hieß er immer wieder dass er keine Wechselabsichten hegt wo der so berichtet und sowas deswegen also Führig sehe ich überhaupt nicht dass er geht im Sommer und da das Interessanteste aus dem Führigpunkt hier ist das noch ein bisschen was genaueres kam aus den Berichten immer die Frage glaubt man dem glaubt man dem nicht aber aus den Berichten kam immer mehr raus dass er wohl 23,5 Millionen Euro kostet in der Ausstiegsklausel wenn sich der VfB für die Champions League qualifiziert das kam auch so mit raus auch die Bayern sollen wir so halbwegs irgendwie Interesse haben war ja hab ich glaube ich auch schon mal mit drin gehabt dass der schon ja vor längerer Zeit noch unter Sadie Hamidzic so ein bisschen auf einer Liste stand auf einer Beobachtungsliste stand quasi von den Bayern aber auch das sehe ich dann fast noch weniger als irgendeinen Dortmund oder sowas dass die wirklich einen ja wirklich ernstes ernstes Interesse an Führig haben den zu kaufen rauszukaufen wie auch immer hat natürlich auch noch eine gute Chance zur EM mitzufahren kommen wir schwer zur Nationalmannschaft aber eher eben auch schon jetzt zum zweiten Mal dabei wenn er so weiterperformt ist schon die Chance hoch dass er auch mit zur EM fährt deswegen auch dann aber natürlich ein Schaufenster stellen deswegen 100% sicher ist natürlich da überhaupt gar nichts bei Führig aber ich sehe es nicht dass er wechselt plus habe ich ja vorhin auch schon mal angesprochen Thema Champions League Startelf anbieten Thema ja sich selber belohnen mit dem Verein wo er war oder wo er sich rausgekämpft hat mit dem Verein aus Abschiebskampf und alles in die Champions League rein sich belohnen dasselbe dann auch spielen dasselbe auch ernten plus und das kommt bei Führig finde ich noch so ein bisschen dazu kam ja so ein bisschen als González-Ersatz damals dem haben wir auch wirklich leider auch uns wirklich was zu verdanken also der hat auch Zeit bekommen früher war lange 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 Zeit so jo du weißt der kann kicken du siehst die Ansätze aber Endprodukt fehlt das war ja sehr sehr oft so dass Endprodukt sehr sehr gefehlt hat bei Führig jetzt kam es die Saison halt erst so richtig richtig rein auch schon ein bisschen Schlussspurt letzten Saison deswegen auch finde ich in der Form auch das hat natürlich nicht immer Gewicht aber in meiner Fußballromantik in meiner Naivität sag ich mal fußballromantischen Naivität das mal so noch dazugefügt ja hat auch er uns ein bisschen was zu verdanken deswegen glaube ich nicht dass Führig im Sommer wirklich schon wechselt dann Deal das Wortspiel hatten wir auch schon seit Jahrhunderten auf dem Tisch liegen jetzt ist das Ding noch nicht vom VfB fix aber von allen die es berichtet haben von vielen die es berichtet haben eben auch einstimmig berichtet haben ist das Ding durch Justin Deal wechselt im Sommer vom 1. FC Köln ablösefrei zum VfB Stuttgart der zweite ablösefreie Sommerdeal nach Janik Keitel der wohl auch laut der Bild schon fix sein soll oder laut vielerlei Quellen schon fix sein soll auch da VfB hat noch nichts verkündet bei Justin Deal auch nicht Plettenberg von Sky berichtet von Vertrag bis 2029 wir jetzt hier von meinen VfB die Kollegen von meinen VfB berichten von 2028 ein Jahr hin oder her aber auf jeden Fall langer langer Vertrag für ihn talentierter Youngster ja bei Köln sieht man schon so ein paar Ansätze ist natürlich noch jung 19 Jahre alt viele wollten ihn auch aus Europa wollten ihn viel aber wir waren wohl sehr sehr dran die Bosse waren sehr sehr dran und jetzt kriegen wir ihn wohl im Sommer natürlich ein bisschen die Frage aufstellt die ist wieder so Thema Stürmer Flügelstürmer mäßig ja inwieweit der Einsatzzeiten bekommt inwieweit das vielleicht einer ist der direkt wieder verliehen wird beispielsweise oder erstmal der Jugend noch ein bisschen mehr Fuß fasst wobei ich das eigentlich fast ausschließen kann weil der geht ja quasi auch von Köln weg weil er ja irgendwo auch ein Upgrade nochmal weitermachen will der wird nicht ein Upgrade machen in die VfB U21 aber wo ich eigentlich drauf hinaus wollte wir haben ja schon eine eine Liste an Spielern die da im Sommer kommen die da vorne alle irgendwo zocken können das wird sehr sehr spannend weil er muss im Sommer wirklich hart durchgegriffen werden und vielleicht auch in vielen Fällen einfach nochmal mit Laie gearbeitet werden weil du sie eben nicht fest verkauft bekommst aber du hast einen Fahr hier der zurückkommt ein Perea der zurückkommt ein Pfeiffer der zurückkommt der ist ein bisschen außen vor aber ist eben auch Stürmer gehen wir hier vor allem auch um Talente Kastanaras Sanko Milosevic du hast da ja schon was sind denn das jetzt hier fünf sechs Stück die da rumrennen da vorne drin und dann holst du halt nochmal einen Justin Deal also das ist schon schon ordentlich muss ja gucken wie der VfB da im Sturm plant vor allem wenn du jetzt ich sag mal zum aktuellen Zeitpunkt auch noch Gerasi und auf und so weiter vor dir hast dann sehen auch die nicht wirklich viel Spielzeit dann steht da vielleicht maximal einer von denen mal irgendwann Spielzeit also da bin ich schon auf die Planung entsprechend dann gespannt Griechensturm ist das nächste was wir haben vom Kicker nochmal so ein bisschen aufgewärmt sag ich mal weil die Namen zumindest schon bekannt waren oder schon mal in Gerüchten waren auch gerade eben zum Thema Gerasi könnte im Sommer gehen für 20 Millionen bla 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 auch da auch das vielleicht bisschen arg positiv von mir aus gesehen aber auch da sehe ich gerade aktuell stand jetzt nicht warum Gerasi im Sommer wechseln sollte aber das wird man alles abwarten müssen aber die Möglichkeit besteht ja und dann besteht die Möglichkeit dass du einen Ersatz kaufen musst von möglicherweise eben auch genau diesen 20 Millionen halt und da sind zwei Leute besonders interessant nämlich Vangelis Pavlidis wurde schon ein paar Mal angesprochen AZ Alkma hat sogar 25 Millionen Marktwert aktuell 25 Jahre alt 1,86 Großmittelstürmer aber was bei ihm vielleicht die Summe ein bisschen drücken könnte hat nur noch in Anführungszeichen Vertrag bis zur 25 also es war nur noch ein Jahr Restvertrag das drückt ja meist dann die Summe ein bisschen in Holland 25 Spiele 22 Tore zwei Vorlagen das ist schon absolut Brecher Conference League auch 6 Spiele 3 Tore eine Vorlage sieht alles schon sehr sehr ordentlich aus da werden wir auch nicht die einzigen sein die an dem Stürmer von AZ Alkma dran sein werden auch schon im Winter dran waren der nächste ist noch Fotis Ioanidis Panathinaikos also auch aus Griechenland der Grieche noch länger vertragt bis 2027 10 Millionen Mark hat der Mann 24 Jahre alt ist er 1,87 groß also ähnliches Profil auf jeden Fall in der Liga 20 Spiele 10 Tore 5 Vorlagen auch in der EuroLeague 6 Spiele 5 Tore Champions League davor auch gespielt 6 Spiele 2 Tore 2 Vorlagen auch das ließ sich alles sehr sehr ordentlich warten wir mal ab wie gesagt für mich der Best Case dass Gerasi einfach im Sommer bleibt aber wenn einer von den beiden kommt vor allem eben auch von der Liga her von den Scorerun und so weiter her rein von dem simplen drauf gucken hier auf Transfermarkt und sowas was ich jetzt hier gerade getan habe klingt natürlich Parfid noch ein bisschen geiler aber natürlich dürfte auch die Konkurrenz noch ein bisschen schwieriger sein Manu Gräfe Transferexperte ist das nächste ganz witzig auf einmal äußert sich Manu Gräfe zu Transferthemen nach gut informierter Quelle und sowas einer davon ist Ben Stardai der geht wohl zu Wolfsburg von der Hertha aber wo es bei uns drum geht ist Matza zum VfB das hatten wir auch schon oder hatte ich hier auch schon mal mit drin als Gerücht ich glaube Ibrahim heißt er mit Vornamen Matza ist halt auch wieder so ZOM mäßig ja Offensivspieler auf dieses Mittelfeld genau Ibrahim heißt er auch laut ihm wohl ein Gerücht für Sommer dass es zu uns kommen könnte das wäre keiner der ablösefrei ist da hieß es ja irgendwann mal mittlere einstellige Summe also wahrscheinlich irgendwie 3, 4, 5 Millionen Euro oder sowas und da Plettenberg direkt dazwischen gegrätscht von Sky gesagt nee an der Meldung ist nichts dran in Berlin rechnet man zudem mit seinem Verbleib auch das bleibt einfach abzuwarten und auch hier wieder Thema Planung du hast ja einen Laurin Ulrich der hat zumindest von wie gesagt auch da wieder der simplen Sicht auf irgendwelche Profile und Positionen und sowas der eigentlich genau das ist oder genau in die Richtung geht wie ein Matza oder von mir aus auch einen Raul Pauler in die Richtung du hast ja auch schon eigene Talente auch da musst du ein bisschen gucken was ist das wieder für ein Zeichen wenn du einen Matza holst für 5 Millionen oder sowas im Sommer und den dann mehr oder minder da vorne in den Ulrich stellst oder sowas was ist das für ein Zeichen auch das wieder Planung aber da sind wir aktuell eigentlich so gut unterwegs rein sportlich von den Entscheidungsträgern dort dass man da auch mal ein bisschen ja ich sag mal Vorschuss Vertrauen geben darf in der Planung und so weiter und so fort Ticketverkäufe ist noch ein Thema anzusprechen weil es irgendwie auch nochmal ein schönes schön Vergleich zieht und einen schönen Übergang zieht zu diesem Aufsichtsrat Thema in einem Witz verpackt hat hier einer geschrieben es ist wahrscheinlicher dass ich heute in den Aufsichtsrat nachgewählt werde als dass ich Tickets für das Heimstieg gegen Frankfurt kaufen könnte hat hier WhiteWild1893 geschrieben Jens fand ich sehr sehr witzig tatsächlich und auch da zum Glück zum Glück Dauerkarte da muss ich zum Glück nicht rein weil diese Verkäufe gerade aktuell auch schon für Heimspiele sind dann komplett gestört wir hatten ja vor kurzem mit Heidenheim innerhalb von anderthalb Stunden ist sowas ausverkauft gewesen das hast du Frankfurt das glaube ich sogar noch schneller ausverkauft war der Ansturm ist brutal und auch da geht wirklich jedes Ticket weg auch die teuren ist es wirklich völlig egal VfB-Hype ist komplett da und natürlich auch da wieder ohne das Fass jetzt irgendwie unnötig groß aufmachen zu werden in dem Punkt aber natürlich auch Thema Erfolgsfans und ich gehe wieder ins Stadion oh ey cool die zocken ja seit 10 Jahren die spielen wieder seit 10 Jahren wieder guten Fußball und sowas das kriegst du halt nicht verhindert und auch kriegst du auch nicht verhindert dass natürlich welche die von mir aus in dem Sinne ohne mich auch da weiter aus dem Fenster zu lehnen aber in dem Sinne es mehr verdient hätten an Karten zu kommen weil sie mehr durch die Scheiße mitgegangen sind auch das ist ja so ein bisschen debattierbares Thema leer ausgehen das kannst du halt nicht großartig vermeiden leider und das ist aber überhaupt kein debattierbares Thema so Geschichten wie Dortmund auswärts war ja zu kurzem auch im Verkauf auch der ist sehr sehr brutal gewesen da an Karten zu kommen obwohl der sehr groß war der Auswärtsblock da ja direkt kurz danach die Dinger auf Ebay zu verkaufen und sowas für 220 Euro und so Geschichten zwei Sitzplatzkarten hier in dem Tweet als Beispiel ist wirklich komplett gottlos wirklich bitte keine Ahnung was man da machen kann die melden in irgendeiner Form an VfB weitergeben oder sowas dass so Leute dann einfach gesperrt werden oder irgendwie weil es kann es nicht sein dass du für einen VfB Mitgliederverkauf Glück hast aus 40.000 50.000 in der Warteschlange an Karten zu kommen für Dortmund auswärts was ja durchaus ein beliebtes Auswärtsspiel war was man ja merkt und eben jetzt auch ein absolutes Top-Spiel ist diese Saison und attraktiv ist und so weiter und so fort und dann ein paar Minuten später die Dinger dann für was weiß ich wie viel davon 220 Euro für wahrscheinlich doppelt dreifach dann zu verkaufen die Karten ist komplett gottlos also das geht überhaupt nicht fit und auch da für die logischerweise wird es viele geben die da Bock drauf haben VfB meldet ja immer selber sowieso schon auf ihren Seiten Heimspieltickets Auswärtsspieltickets da stehen immer die ganzen Daten aber hier nochmal zur Vollständigkeit es gibt für Gladbach letzter Spieltag wird beliebt sein wird ein Vogelwilder vorverkauf auch da wieder zum Glück Dauerkarte aber 10. April ab 9 Uhr ist der Mitgliederverkauf für das Gladbach Spiel wie immer zwei pro Mitglieder-Account und auch Frankfurt wird längst ausverkauft das Bayern-Spiel ist auch schon terminiert ab wann das in den Verkauf geht für die Mitglieder und auch Augsburg kann man sich schon ein bisschen merken so ein bisschen Hoffenheim-Style es wird nicht in der Form funktionieren in der großen Form der Invasion wahrscheinlich aber auch da 16. April für den offiziellen Auswärtsblock aber deswegen sage ich Hoffenheim-Style kann gut sein und dann würde ich auch darüber wahrscheinlich nochmal versuchen um einfach da auch schon mal sicher zu sein dass du Karten hast weil in einem normalen VfB-Verkauf normalen Auswärtsblockverkauf ist es das halt nicht mehr oder war es auch selten aber jetzt diese Saison umso weniger aber vielleicht schade ja sogar der Augsburg-Verkauf der freie Verkauf von Augsburg auf deren Webseite über deren Ticketseite schon früher als unser Verkauf für den Auswärtsblock dann kann man sich auch da wieder wie eben in Hoffenheim schon einfach direkt in den Blöcken neben dem offiziellen Auswärtsblock auch schon mal eindecken mit Karten das auch hier mal an der Stelle der Servicehinweis sage ich mal und zum Schluss noch kein Testspiel das wäre jetzt nämlich gewesen nach dem Hoffenheim-Spiel gegen Elversberg wäre das gewesen wurde schon länger verkündet dass das eben nicht stattfindet wäre am Donnerstag gewesen das Spiel 21. März aber passiert nicht Grund hierfür sind geäußerte Planungen äh geänderte Planungen hinsichtlich der Trainings- und Belastungssteuerung in der nach dem kommenden Bundesligaspiel gegen die TSG hoffenheim anstehenden Länderspielpause und auch da das war ja noch davor wurde schon gemunkelt uh anders formuliert wir haben ein bisschen arg viele Nationalspieler ähm das ist ja jetzt hat sich ja auch bestätigt wo ich perfekte Überleitung alter war gar nicht so geplant aber kann ich jetzt perfekt zu überleiten ähm auch schon beim Thema sind für das nächste Video ne sind sie am Ende angekommen sehr sehr langer Part zum Aufsichtsrat dafür kurz und knackig noch ein paar VfB-News äh durchgegangen hier am Ende wie immer gerne alles in die Kommentare hier gliche Meinungen zu allen Themen unten rein ähm wie immer auch hier alle Links und so weiter alle Quellen alle natürlich im Sammel-Link in der Videobeschreibung zu finden ganz klare Geschichte und eben wie gesagt im nächsten Video geht es weiter mit Nationalspielern und mit dem Vorbericht im Ausblick auf das Spiel in Hoffenheim bedanken für's Zuschauen wie immer gerne auch hier kostenlos Like und Abo lassen ganz klare Geschichte und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal